Dankeschön, super. So, ich komm nach. Ein bisschen behind. Aber wie ich höre, Tito auch. Bitte läuft hier noch rum. Ich musste eben alles anmachen. Jetzt läufts. Ne, ich muss noch die Dings eben umstellen. Los, hier wieder Ending auf. Professionell. Mein Golden Style Play hier. Sieht frei aus, nicht immer hoch. Ich weiß nicht überhaupt. Oh nein, er ist gerade dabei. Er wollte das mal sehen. Den kennt er doch, den kennt er doch. Er wird bekannt. Er wird so bekannt. Hier oben in den Gleisen. Komm, 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 komm. Gibt's heute ne GPU noch? Ne, ne gibt's noch, ja. Eine nur. Ich glaube, jetzt aber noch nicht. Jetzt ist sie noch nicht drin, schätze ich. Ungefähr. Gesagt. Ja. Naja. Ja. Ja, vielleicht. Ich könnte. Nee. Nee, nee. Ich sag ja, diesmal nicht. Ach, scheiß Tür. Einen Roller. Boah. Wird auch immer mehr wert. Ist am Anfang 50.000. Irgendwann hatte die mal gegen Ende Wipe irgendwie 300.000 gekostet oder so. Irgendwas kannst du damit traden. Irgendwas kannst du damit traden. Ich weiß nicht genau was. Ich füge ihn meinem dann Link. Ja, du kannst auch einfach mal spielen, also. Ist eh so inaktiv. Scheiß dir dies, ey. Also hier kommt nix. Ne. Die sind schon rübergegast. Ich komm. Wahrscheinlich haben Hang gespawnt oder so. Raus hier. Ja. 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 Und rüber geht's. Aufglitscht. Ha. Können wir rüber jetzt? Gott, ey. Stolz. Ja. Ja. Wenn die Fläche kommen und fliegen wir hier. Pam, pam, pam. Australien. Ich bin tilted. Echt. Ob ich das noch einmal sehen muss. Kriege hier ein Rohr. Rechts was gehört? Glaube ich, vielleicht. Rechts? Hier? Wahrscheinlich wieder irgendein... Ne, okay. Im Busch? Ja. Dachte ich kurz. Weißt du? Aber ist okay. Wir haben einmal mehr gecheckt und wo das... Muss man wieder... Ne? Ja, man muss lieber einmal mehr callen, ne? ich bin links von euch zwischen den garagen wir sind bei der leiche tito gehen jetzt richtung haus hier war keiner dran ich gucke mal was drin ist hier in dem guten mann der unknown key schmeiß ich schön daneben hier ist ein ulag was habt ihr für helme tito mit habe ich weiter geht's go house wer lief da ach tito ist also okay alles klar ich geh aus ich hab keine ich mach oben auf go nichts gesehen keine info natürlich ein tilter für mich ne ich komm runter die treppe bin unten bin an der leiche ja ich höre das schon wieder am snacken du kleiner fett lorde ups abgehoben ich kann dir den helm geben klar wenn du ihn jetzt anziehst ich kann die sachen gerne abgeben ich kann die sachen gerne abgeben das ist ja nicht das ding ja ich ja hier nicht ich schenke und den gegnern gerne sachen so alles gelootet hier ja ich und ich würde sagen wir hinten raus aber eigentlich kommen wir da hinten rein ich habe noch nicht geschaut ja 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 flexi level we go flexi level ja 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 wahrscheinlich alles gelootet hier wie geschaut hier sind ja ah die scheiß kabel hebe ich nicht auf für so'n Müll büge ich mich nicht ey komm ja ich würde die halle einmal nur kurz durchlaufen dass wir also nicht nur ja ok gut ja ok aber hier ist ungelootet sage ich euch wie es ist hier ist ungelootet leute meinetwegen direkt weiter ich wollte ja nur dass ihr nicht noch was looted komm go wie genau das ist hier gerade laden food ok los geht's direkt durch links an glück wird auch direkt wieder rein springen gleich ist mir egal ist alles egal die sind noch bei der brücke der hat hier vorne irgendwas erschossen ja die der schießt noch auf andere hier pass auf ich spring rüber und mach die wir sind auch oben fehlt hier unten rein unten rein unter der brücke sehr hier unten ist auch noch einer am tank war am tank ist down einer ist tot einer geht hoch wieder brücke einer ist hier am haus eine halle hier alle vier hat richtig geblutet ja also wieder ein einer ist tot hier war noch was auf der tanke ja gut da war das der einzige spieler war er war der war aber nicht ja ja ist schon klar aber auf der tanke meine ich jetzt ich bin fertig also ich gucke mal ob hier noch irgendwas ist tanke schießt auf mich er bewegt sich alles gut er rennt weg oder ich sitze hier unter dem baum nicht erschrecken das gucken also seine leiche die von dem spieler den ich erschossen habe ist an dem tank da tito der große tank rechts da ist er nicht weiter noch rechts da habe ich einen gekillt definitiven spieler also der eine hier der ist da genau da wo du zuletzt geguckt hast immer mal muni nachfüllen wer läuft das rüber gesprungen drop kommt wir sollten jetzt versuchen tank eben einzunehmen und den zu looten ja geh du mal mit geh du mal mit ich spiel für mich ja ich werde einmal rüber springen wenn ich schon mal drüben ja ist über uns ich glaube in der halle was drin und er droppt hinten beim ausgang vor mir ist hier was ich bin habe ein tanke gebäude gerade eingehen genommen und es kommt noch was von hinten ich könnte gleich wieder hilfe gebrauchen vielleicht und von hier war es von halle alles gut alles gut wir sind ganz gut aufgeteilt ich komme jetzt erstmal wieder aus dem häuschen raus hier stelle mich dahinter hat den einmal looten wenn du willst zeigte ich renne jetzt dran vorbei hier liegen junge der hat gier oh gott tito macht voll mit der dritte den wo der erste ist links der dreht der hat richtig gehe er richtig ja der hat gier wie sau mit den habe ich schön wieder den rücken geschossen das mache ich immer ganz gerne ich glaube das war sein kumpel vorhin er hat eine korund und alles sollten vielleicht versuchen irgendwie die brücke zu decken während tito jetzt looted ich gehe mal unten ran an die brücke oben drüber gesprungen peter kommen jetzt oben in dein bild rein in drei zwei eins jetzt und dann helfe ich erstmal tito weil von hinten an der halle kam auch noch was bin ich erstmal wieder runter gesprungen die leute ordentlich gier geholt jetzt warte ich nehme seine grunde schmeiß kurz meine weg hier hier kommt was ran geblockt ist das tito ist gerannt immer noch tito ich sag es jetzt nicht noch mal ich kann es ja nicht zuordnen ob das wirklich ist ja das ja aber du fragst und ich sag was das ne easy weggeschossen koronanscheiß drauf acp 45er die knallt ich richtig feige in rücken den rücken weg geschossen dem hund jetzt gehen wir wieder rüber oder aber wir können halt jetzt in der grafik hat eine halle da hinten warte mal kurz peter ich springe hoch hier ja ne oben gehen wir hier erstmal noch gehen wir hier erstmal in die dings rein hier ist tür zu leviopäuschen ein schönes knickerst hm da kann man sich gerne mal rein wir sind in einer einbiss ne in einer dunkelhalle äh dunkelhalle einbiss hau ich hier noch rein ey ja russen halt sollte schnell gehen ne aber wir gehen jetzt hinten raus ich steh mal ein stascher ran hier ist hier schon mal questhalle rein naja bunker wäre auf aber wir können gerne noch einen weiter äh ne 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 es gibt noch ein dickeres excel äh excel meinst du ja so ein richtig fettes ding ja das sieht man auch echt nicht oft ja jungs ich bin voll ich würde raus gehen ja dann geh raus wir gehen noch einen weiter mach ruhig das glaub ich auch das glaub ich an hier ja ist auf wir gehen noch einen weiter im grafikkarten schenken wir haben ja nix nein da ist noch ein Motor fiuit oha Ja die glaub die machen sich grad Dings hier die die Gisester hinten wenn die Luft wow 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 ey 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 Was ist das denn für ein Ding? was ist das? Hier liegt noch was Is gerupft aber ich geh schnell durch keinen bock da zu looten gerade blut hier wo bist du vor dir am kran will da mal eben rumgucken oh da hinten ist der drop da waren die die waren am drop die durch die container natürlich ist er hier und quick reload die kerne müssen aufmischen die hunde noch durchs tor dadurch dann am hang wo wir ganz früher mal uns die büsche gelegt hatten um hier rein zu erinnerst du dich noch das weiß ich nicht künftig künftig Hör was. 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 Der will raus. Geh weiter raus. Geh weiter raus. Geh weiter raus. Du rennst innen, ich... hier außen. Wir sind nicht raus. Bin hinter ihm. Hör sie wohl. Hab ihn. Wer war das? Das ist der Spieler. Die Arze noch. Hahaha. Nix hier mit Loot raus. Der wollte einfach nur weg. Der wollte einfach nur weg. Aber der hat sich noch mal zu mir umgedreht. Und er wollte mich machen. Aber nö. Leider nicht. Der wollte einfach nur noch das Zeug raustragen. Glaub mal. Glaub ich noch was drin hören. Kein Safe Call. Er hat mich nicht gehört da drin. Scheiß drauf. Echt. Ich bin so inzwischen so vom Level. Und es einfach keiner mehr hört gefühlt. Den hab ich so weggedrückt. Ich geh ran. Ich geh ran. Machen wir mal den dreisten. AK-74. SR-25. Ja UMP. Dann hast du jetzt fast ausgedient. Ausbezahlt die UMP, ne? Ja. Die UMP. Die ist so günstig. Weggemacht. Weggeschwitzt. Weggemacht. Wegschwitzt. Ja. Der hat ein paar Spieler gemacht da noch. Der wollte nur noch raus, wenn wir sind. Sag ich. Der wollte wirklich noch raus. Zwei ULACs. Ich glaub das war der von vorhin da oben, oder? Ja, der hat ja gerade geschossen, schätze ich. Mit der SR. Die war das. Können wir mal kurz einen Test machen, dass wir wissen, welche Waffe das ist, Peter. Ja. Ich klang eigentlich noch dicker als CSR. Lauter CSR mein ich gar nicht. Aber ich kann mich täuschen. Mal gucken gleich mal. Äh. Da. Wo ist es da geladen? M62. Okay. Bleib ruhig. Ich hab mir einfach mit, das ganze Magazine will ich auch mitnehmen. Kein Platz ehrlich gesagt. In die Weste? Die ist voll. Laufst du? Nein. Ich hab das P genommen. Ja. Nee, das hab ich gehört. P, P, Whisper. Zack, zack. Bauteil. M62. Ja, P, P, T. AP nehm ich dafür mehr. Ja, der ist satt. Der ist satt. Da kommt das raus. Zehn Waffen hier wieder. Warte mal. Hier, hör mal jetzt eben. Die ist das, ne? Die ist das, ne? Das ist sie. Äh. Die macht einen Wump. Das ist Alka. Ja. Ja, doch. Ist sie, ist sie, ist sie. Oh Gott. Es will ihn, Alter. Willst du mich verarschen, oder was? Landmarks Lieblingsknall. Ja. Ja. Und den. Aber er spielt die, äh, äh, er spielt die Silenced, ne? Ja, klar. Also so wie die knallt. Ist für so quer über den Acker, Mann. Ja. Boah. 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 Schönes Ding. Ich glaub, die Kammer von dem, von den Dings vom Airdrop, kann das sein? Ne, so wie die gemoddet ist nicht. Nicht? Ne. War das für ein Level? Kann ja mal eben gucken, ob die Fountain Raid ist. Aber, das Ding ist ja geschwitzt bis nach Mappen. Ich mein, da sind immer nur Rohlinge drin im Drop. Äh, nicht Fountain Raid, also. Er hat ja auch Magazine dafür mit. Ja, gut, okay. Oh, den Typ hat sich noch ordentlich angeschlossen, wenn er weggekommen ist. Ach, guck mal da. Irgendjemand schreibt da zu dir. GG, man. 2v1. Hat er geschrieben? Hm. 2v1 couldn't do anything. every time there were so many people at the airdrop. I tried to run away. Ja, ja, you killed two or three. I saw that. GG's. We were lucky. Time Luck. Ja, ich fand einfach nur gut. Happens! Ja, I'm just good. Ja. Wipp, schu. Wie bitte? Nix. Excellent player. Ja, du Sorg-Jochim, ey. Halt deine Fresse! Ich werde immer schlimmer mit dir. Ich bin halt ein guter Spieler, was soll ich machen? Ja, wie soll ich das hier platztechnisch denn bitte machen? Ich muss halt mal gucken, ob da irgendwas fertig ist. Da ist ja auch so ein enormous gun. Das ist ihm aber genau angesehen, dass er einfach nur noch gasen wollte. Ja. Wollte nur noch weg. Der wollte einfach nur noch raus mit dem ganzen gewachtelten Zeug. Absolut. Ich habe nur gehofft, dass wir nicht pushen. What level are you? Thirty... Eight. Thirty-eight. Ähm, ich schmeiß seine Vespa aber weg. Ich spiel meine. Also schmeiß ich nicht weg, aber... Ja, dieses 6-S-H-Thing... Äh, so. Noch mal wieder Helme. Zwei U-Lucks. What the fuck. You looted a lot. Johnny. You looted a lot, I guess. But nice gun. Thank you. Thank you. Er nimmt einfach nur noch seine Hand, seine Beine in der Hand. Ja, so sah das aus, ne? Äh, wir schießen so von der Seite auf ihn und als er dann sich noch nicht mehr gedreht hat, nur noch weiter gegast ist, dann wusstest du schon, okay. Ja. Also ich bin ja auch stumpf hinterhergejochen, ne? Wie so ein, wie so ein gieriger... Äh, wir haben einen Runner hier. Koch, ja. Ja. Sind er ja. Unload, unload. Ähm. Nehmt er jetzt von da? Ne, macht er nicht. Okay, bin wir da einsatzbereit. Moment. Ja, Tito, dass das bei dir jetzt dauert, ist klar, ey. Warum schieße ich Tito eigentlich Gier, ey? Das ist der größte Fehler, den... Du darfst dir nichts geben, man. Nee. Ja, das gehört dazu. Was soll die Scheiße, hä? Juba ni vrat, juba ni vrat. So. Im Fix verkaufen hier. Oh. Gefickt, auf Deutsch. Einfach mal hinterher gegast wie ein Mann. Die hab ich weg-UMP'd. Ah. Ich hab grad Granaten gekauft. Wo sind die denn da? Die hab ich komplett weg-UMP'd. GG's. GG's. Der wollte einfach nur noch raus. Er kommt, wir seidlich in ihn reingelaufen. Eklig. Wirklich, ganz eklige Leute sind wir, oder? Oh, 138 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist mächtig. Du wolltest es so. Pandemie ist ja jetzt unter Kontrolle, von daher... Höh. Wenn ich sowas immer höre, ne? Dann pack dir die Sachen, ey. Nimm nicht ran, wir zocken jetzt, Mann. Den ganzen Tag Zeit zum Telefonieren, Wichser. Kommen wir jetzt ran. Oh, geh ran, nee. Drück weg, drück weg. Drück weg einfach. Mein Gott, drück weg, ey. Ist das fertig? Schau mal, oder? Ja, ich guck... Ja, ich weiß ja nicht, ob du noch telefonieren musst. Das ist ja die Frage. Hört sich so an, also... Ja, ich bin fertig. Ich weiß nicht, was Tito macht, also... Ja, dann machen wir einen ohne dich, guck. Der muss so lange sortieren, das... Also wirklich. Da muss ich sagen, da muss ich los. Okay, Peter, bist du bereit? Wollen wir da noch mal runter, oder was? Ja, ich bin ein Lobby, ihr Wichser. Ja, ich komm. Tito ist noch am sortieren, aber wir sollen ohne ihn. 17.23. Ja, wenn der sortiert ist, dann gehen wir wieder Pferde streicheln. Weil dein Handy klingelt, glaube ich. Kann sein. Meinst du? Irgendwie, ich hab grad dieses Handy-Geräusch gehört. Im Sound. Nee, mein Handy, dich nicht im Mappen. Hallos. Äh, äh, Johnny, well, GG, bro, WP, CEO. Ja. GG's, mate, have fun, good luck with your raids. Thanks for passing by. Erkaufen einfach mal was. And, of course, thanks for the loot. Loll. Hey. In letzter Zeit kommen auch echt viele Leute, die wir machen, vorbei, ne? Wahrscheinlich liegt es daran, weil wir welche machen. Ich wollte mich noch umbenennen, auch in den Streamnamen mit Dingern, vorne und hinten. Ich glaube, es bringt was. Wenn du willst. Aber die sind dann immer verwirrt, ne? Das nervt mich. Das ist mir doch egal. Musst du dir, ich will keinen, das, äh... Mich interessiert das überhaupt nicht, was da steht. Hauptsache, ich weiß, dass ich es gemacht habe. Und wer fragt da vorne und dahinter einen Strichsnot und welche Werbung? Kannst du ja, mach doch irgendwie TTV Cybot und dann Strich, äh, und dann ein Nickname von dir oder so. Dass die das raffen. Weißt du, das hat dieser andere... Ja, ja, nee, 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 nee. Nee, da muss ich gleich mal wieder ne Schranke setzen, ey. Das mag ich gar nicht, ey. Vielleicht so, wenn ich Geld zähle, dass immer mal so ein bisschen was auf den Boden fällt, weißt du, das lass ich dann... Ja, das lass ich dann... Ja, das lass ich dann... Das lass ich dann mal liegen, aber... Das schluckt dann immer so vom Bäcker und alles, was so in der rechten Tasche erholt ist, der schmeckt dann irgendwie so hin. Will ich aber auch nix mehr hören dann. Ja, nix mehr hören bei dem Büttel, ne? meinetwegen kannst du das machen, du schießt ja auch ein bisschen ja gut, die Frage ist, ob sich das lohnt bei dir, weil du schießt ja doch nicht so viel um na gut, aber auch deine Doc-Tags die du dann ja verteilst ja mach TTV Sci-Word und dann Slash Xiri oder was auch immer das wird nicht passen, wieso willst du denn für einen Namen nehmen, Junge? Captain Backshot irgendwie sowas ist er doch wieder auf der Schrotze hängen geblieben wie macht die Spaß? zwei Spieler gemacht mit ACP kein Dais und der war wirklich schwitzig und der erste war auch schon schwitzig mit Corona, die ich Tito gegeben hab ja, du weißt was das bedeutet leider weißt du das sowas richtig krasses war da länger nicht drin wir hatten die ich hatte zuletzt die MSAS oder wie die heißt und für dich die Mutant hatten wir da rausgeholt die ungemordete Mutant dann hatte ich das hatte ich das Injection Case was 600.000 wert gewesen wäre natürlich immer schön wenn man so Sachen direkt wegpacken kann ja ich hör was noch mal auf den Pump unterwegs wieder zwei Waffen SR25 und eine TX15 ist hier sonst noch was? und nur mal die andere irgendwas kleines nee okay, zwei langen Waffen das war noch nicht so gut ja, eben einmal einmal Munition nachladen dann komm ich sofort einen ganz kleinen Moment und hier ein bisschen Dings will ich mir auch noch reinknallen grünster go so zum Okay. Mh, mh. Können wir auch schon sprinten, ne? Die Norm, ey. So krass von den Timings an. Kann sein, ne? Ja. Jetzt noch Kontakt. Mal gesehen hab ich ja letztes Mal auch nix. Das ist irgendein scheiß Brückchen. Da musst du unter jeden, unter jeden Baumwipfel musst du immer gucken. Diese Wirt-Kongs. Jaja. Bei uns, oder? Wird gehört? Ne. Der Tag哪mon. Wird machen die Entdeckung. Streit! Vielen Dank. Ich bin aufgeregt, was sind die Noobs? Naps. Ich hab nichts gesehen bisher. Ich auch nicht. Wir gucken mal. Vielleicht campen die auch. Immer schon verdächtig, wenn die keine Skeps stehen oder so. Da liegen aber auch keine. Nein, nein. Ein Panzer drüben jetzt gerade Schatz gehört. Das ist hinten checken. Naja. Hat mir schon was Elend. Oben ist zu. Hörte sich jetzt gerade so an. Also drüben haben zumindest welche geschossen. Ja, kannst du, glaube ich. Diesmal ist leider auch noch keiner drin. Aber vielleicht. Mit etwas Restchance, ja. Bist du jetzt hier ein TV-Orakel? Bist du ein Orakel? Boah. Wenn da nichts drin ist. Das ist ein richtiger Tilter. Gar nichts ist richtig scheiße. Oh Gott. Junge. Mach mal was aus dem Raum da oben. Also so langsam. Wenn ich ein bisschen... Einmal PC-Koppel leer. Hat nichts drin gewesen. Naja. Nix. Einmal Kabel. Super. Komm, 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 komm. Bitcoin. Das kann sein. Bitcoin kann sein. Oh Gott. Was ist das für eine Mülle? Skeff hinter uns. Überhaupt nix. Warte mal. Warte mal. Glaube hinter uns ist noch was. Ja. Kann aber auch des Skeffs sein. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich konnte es nicht sorgen. Komm wieder an gerannt. Geht es zu keinen Storages irgendwie? Das könnte ein Looter sein. Ja, er hört sich jetzt nicht so an, ehrlich gesagt. Ganz komisch. Hört sich das an. Sehr starr irgendwie. Also meinetwegen, geh mal rüber. Oh, meinetwegen, geh mal rüber. Oh, meinetwegen. Oh, meinetwegen. Komm, wir gehen rüber. Der Panzer auf dem Feld, junge. Wie gesagt, die sind wahrscheinlich hausgegast und wir rennen da jetzt wieder hinterher. Market Room war aber auch schon drin, ne? Crazy eigentlich. Mark, guck mal, aber ich vermute die Time... Also entweder sind die Timing jetzt richtig gut oder sind sie richtig scheiße. Hm. Sollen die Stashes oder weiter? Mark, du mal mit. Ja. Liegen so auf dem Weg, ne? Oben rennt was. Ein Panzer schon. Dürfte Skeff gewesen sein. Oh Gott, hier ist viel drin. Hm. MP5 irgendwas. Okay. 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 Ja, ich hab' ich spät gesehen. Boah, der hat eine Vierer und so. Also Dreier und Helm. War ein guter Skeffer. Nix an den Fenstern gesehen. Doch, ganz hinten rechts an der Bibliothek, oder? Sicher bin ich mir nicht. Lass durchrennen. Bibliothek-Fenster vielleicht. 9 und 5, danke. Hm, ist gut. Aber ich renne durch. Oben ist offen. Ich bin doch nicht dran. Eine Nate hab' ich. Hm. Ich auch. Boah, wir können gucken gehen, oder? Na komm, geh mal gucken, ich muss die Nate. Die haben auch hier die Kisten schon gelootet, also Vorsicht. Ja, dann schmeiß' das Ding. Achtung. Hier, die prallt ja wieder im Kopf, ey. Oh Gott. Ich musste sogar... Die ist komplett in meine Richtung. Ich bin unten reingerannt. Bin unten reingerannt. Ja. Die ist auch komplett in meine Richtung abgeprallt, Alter. Halt' ja immer mal im Gelände ab. Ja, das ist ja das Riskante an der Sache. Ja, ist durch hier. Das Ding ist komplett durchgelottscht hier. Dann lass' erstmal wieder Garage zurück. Weil der Halle könnte jetzt Attention gezogen haben, glaub' ich. Attention, Attention. Oben ist auch gelootet hier. Holy Shit. Geht komplett durch. Na, dann lass' direkt weiter. Halle, oder? So könnten sie sein, ne? Sie sind ja sichtlich, richtig gründlich, die Jungs. Nur so'n üble Looter. Ein Schwaben. Ja. Dann haben sie immerhin kein Gier. Ha! Ui. Critical, critical, ja. Critical Hit. Das ist das Maximum, was wir jetzt gegen uns haben, der SGS oder so. Wichtig, ja. Wichtig, ja. Wichtig, ja. Wichtig, ja. Wichtig, ja. Alles offen. Alles. Da fällt nix mal. Da fällt mir auf. Mir fällt auch nix mehr ein. Ah, fällt mir nix mehr ein, ja. Alles offen. Reich und gleichseitig arm. Ich geh' hintere Treppe hoch und guck. Mensch nicht, die reichen sind auch arm. Ich geh' hinten die Treppe hoch, Peter. Auch alles gelootet, alles offen. Sind weiter. Old Gas ist das. Irgendwo müssen die holen ja sein. Ja, die sind ausgegast. Wenn Old Gas nicht auf ist, könnten wir den noch einholen. Ist nicht auf. Schießt irgendwas auf mich? Scaf, ich spring mal eben rüber. Bin über die Wall gesprungen und zur Tanke. Hier ist ein toter Scaf. Hier ist was drin. Im Gebäude. Hier liegen ganz viele tote Scafs und ist jetzt was im Gebäude drin. Ich weiß auch nicht was. Ein Tanke-Gebäude. Kann auch ein Scaf sein, oder? Ja, kann sein. Er ist satt. Ich geh' ihm rein. Nix gesehen. Wird wahrscheinlich der Scaf sein, ja. Wer ist satt? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Kristalle. Hinterherder, ja. Die würde ich gerne haben noch, muss ich sagen, leider. Vielleicht wollen die noch gierig Grafikkartenhalle looten, dass wir Zeit haben, die eins holen. Wenn sie das sind, wollen sie es mit Sicherheit. Ja. Ich komm' unten. Questhalle, sagtest du, ne? Ich vermute, so vom Zaun her, Questhalle oder dahinter. Vorne läuft was am Zaun. Richtung Tankstelle habe ich was gesehen. Ganz auf der anderen Seite. Komm, wir gehen hier erstmal rein zur Sicherheit. Könnte sein, dass der Quick Pass was durch ist. Auch alles gelootet hier. Wir sind hinten auf der Spur. Das könnte doch ein Scaf sein, der da hinten rotiert. Ich will einfach den hinterher geiern jetzt. Was sind die Jungs? Das muss eine Truppe sein. Alleiner kannst du ja nicht alles tragen. Da vorne schleicht was? Äh. Den mach' ich gleich. Den mach' ich gleich. Der ist gleich satt. Warte. Hab' ich nicht gemacht. Ich werf' ne Grand hin, wo die sind. Vorne an der... Vorne an der Quest. Sind sie? Ja, hier sind sie. Er schießt auf mich. Ich komm' zurück. Ich hab' Heavy, Bleed, alles. Ja, Peter, du... Ich hab' kein Bein. Du musst mir hier eben helfen. Ja. Ah, das ist... Da so, da so. Ich komm' jetzt erstmal wieder rein bei dir. Genau. Warte. Ich komm'. Ich will nicht treffen, ne? Mit dieser... Ja, zwei. Ja. Mach's. Bede spiel' auf den anderen. Ich spiel' in einem anderen Universum manchmal, ey. Ich hab's nicht zurückschießen können, oder? Ja, ja. Einen weg. Ja, gut. Mach' mir eben ein Ball wieder dran, dann komm' ich. Es war noch eine auf der anderen Seite. Die sind so parallel gelaufen. Ähm. Den hinteren hab' ich. Ja, ich weiß, bleib def, bleib def, hol' dir jetzt keinen ab, da. Das wär' dumm, wenn du stirbst, während ich arzte. Na, Gott. Der lootet den, der lootet. Der nach links. Was ist das für die Dings, Peter, Peter? Flaschette, oder was hast du da für... Flaschette, oder was hast du da für... Flaschette, oder was ist das für die Distanz? Was ganz normales ist. Peter, wir gehen hinten raus. Hinten raus, wo wir reingekommen sind, und umlaufen. Ich stehe grad links. Ja, dann bleib da. Ich umlauf. Der ist hinter dem Container, Richtung Halle. Ja, ist doch noch da, wo ich ihn gesehen hatte. Genau, genau, da hinten. Das grüne Container, links, hinter dem Container. Geht's überhaupt los, hier. Mauer und Container. Also, theoretisch müssen wir das sehen. Peter, ich umlaufe über QuickPub, okay? Und ich bin hier auch links raus. Ach so. Hm, was wollt ich denn jetzt machen? Nachladen. Mit einem Kumpel hab ich ihn gelegt. Alles gut. Äh, Tito, ich hab die relativ genau gemacht. Mit Schalldämpfer und so'n Zeug. So, Peter, ich pushe hinten raus, und umlaufe Richtung Bunker, okay? Go. Sag noch mal, wo? Ja, der Ursprung ist bei dem blauen Container da. Ich pushe mal ein bisschen links. Innen mit dem Tanker. Tanker ist ein Container. Und dahinter. Ja, genau, also mittig, mittig. Ja, es ist der Container, Doppel-Container. Rechts am Dings. Schießt auf mich. Ich leb noch. Ich renn weg. Ich renn erstmal weg. Ähm, beim Bunker irgendwo. Da sitze. Hat mir übelst gegeben. Ja, da waren es drei Stück dann. Ja. So wie es aussieht. Ich werde jetzt rechts von dir ganz rechts aufpassen. Muss mir erst den Bauch wieder dran nehmen, bin fast tot. Hat mir ganz gut gegeben, gerade der Boy. Scheiße, eine Sache kann ich mir nicht wieder dran machen, ne? Thorax, glaub ich, ne? Man konnte nicht beides wieder dran nehmen, ne? Irgendwie. Peter, pass auf da, ne? Die kommen. Die sind hier an meinem Gebäude. An meinem Gebäude sind die vorne dran. Zwei? Hörst du zwei? Nein, ich hab nur einen fucking Rusky gehört. Hm, ist okay. Kann hier dran sein, ne? Kann ja auch schon drin sein. In der Theorie. Das würde ich sehen, wenn sie da rumlaufen. Ich seh sie da nicht. Hm, okay. War hier dran. So beim Stash ungefähr, so schätze ich. Hm. Er emotet hier cool rum. Ich fick dir in deinen Schoß. Lass dir wie es ist, du Mistke. Mistke, Mist, Mist, äh, Germany. Wird es trotzdem so spielen, wie wir jetzt stehen? Dann hab ich hier nichts von hinten. Siehst du bei mir, was ich decke? Frau, die Wester hat schon einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Die warten darauf, dass du pusht. Sie rennen da nicht rum. Okay, ich mach folgendes. Ja, ich geh durch Halle vier. Und komm dann da so rum. Ja. So mach ich's. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, ja. Und go. Ich hör'n sie dann nix. Sind alle vier drin. Mhm. Ich glaub, der ist irgendwo im Pusher im Bunker. Da vermute ich die auch. Quickpuff ist auf. Die will ich jetzt nicht vorne vorbei. Du kannst ja Quickpuff vorbei. Ja. Da hab ich gerade. Und ähm. Draußen vorbei. Springst du rüber? Nee, nee. Ich komm jetzt zu dir. Ist hinter dir. Peter. Hm, okay. Ich bin tot. Aus der Halle. Aus der Halle. Lass sie kommen. Aus der Halle hat er mich. Mh. Boah, was war das für eine Wumme? Ich hatte auf einmal drei Dinger im Pusher. Ich hab's gesehen, ja. Pst, 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 pst. Müsst du uns aber unterhalten. Mh. Wo sind die noch da? Übel. Da gibt es übel Damage. Ich habe es vergehört, dass du wieder zwei Schuss bekommen. Mhm. Der Ämter einfach aus dem Dunkeln, aus der dunklen Halle raus. Ja, der hatte irgendwie einen Winkel, anscheinend. Irgendwie hat er einen Winkel gehabt, keine Ahnung. Winkel, Winkelgasse war das. Was ist das für ein Scheißpferd? Gernsehen, was ihr da guckt. Propaganda TV 9000 wieder, ey. Einmal was Vernünftiges gucken im Leben, also. Ich glaube, das ist extra 3, was ihr da guckt. Oder was ist das? Neo Magazin Royale guckt sie gerade. Neo, ne? Ups. Zu früh. So, was fehlt mir jetzt noch? Die kommen einfach nicht, die Huren. Abwarten. Die haben wieder Lärm gemacht. Die gehen nicht immer sofort looten. Das machen nur dumme Spieler, wir zum Beispiel. Muss ich einfach auch mal so sagen. Ich frage mich immer noch, wo das Mail von denen ist. Gut. Oh, läuft auch wieder. Ja. Nice. Aber da hinten durchs Grün kann ich nicht gehen. Da können wir nicht viel zu viel Deckung. Vorne rum hat er bereits einen Winkel auf dich gehabt. Du machst das schon. Ich kann mich eben kurz pissen. Kannst du in Ruhe? Gut. Gut, bin ich ganz kurz eben pissen. Jetzt kommen sie. Und jetzt kommen sie. Und jetzt kommen sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache mal irgendwas zu essen. Vielen Dank. 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 Was war da jetzt passiert, Peter? Even you are with us or you are with the terrorists? Da wurde ja gemacht. Verhandeln. Tonight... Ja, dann warten wir... ... Schimpfst, ein Pferd, ein Pferd. Stream das doch auch mal, du machst irgendwie nie Stream, das ist mir letztens mal irgendwie eingefallen. Dabei hattest du doch solche Karriere, äh, Ambitionen. Warum lässt der Janine nicht Wäsche aufhängen? Sie ist doch die Frau, oh, kuck weh. Einmal darfst du raten, wer die Hose anhat. Ja, ja, wer das Kleidchen anhat bei denen. Ach ja, ja gut, okay, das Kleidchen, ja. Frag mal, welche Pantoffelfarben der hat. Diese Plüschen mit Tierchen vorne drauf. Das mag er gar nicht, das mag er nicht. Was? Naja, das ist ein Wichser. Das Gepfst ist gleich fertig. Wahrscheinlich wieder nur eine pure Enttäuschung drin. Mach mal eben einen ohne Milch, ich hole es gerade nebenbei. Äh, das ist gerade fertig, mein Futter hier. Wie lange brauchst du ihn? Äh, ich brauche eine Viertelstunde oder so, 20 Minuten. Was ist mit denen, Alter? Mach mal ein Rundes Gepf, komm. Weißt du, ich esse nebenbei, ja. Und es geht, also. Dieser eine Rundes Gepf einfach so. Ich hab schon wieder aus. Moment, ich muss noch mal raus. Schwer auszusehen angemeldet. So, jetzt noch mal. Zehn Uhr. Ach, schon wieder. Sag mal, bin ich dumm? Du bist ein Egoist. Zwei Mal jetzt hintereinander. Wie dämlich muss man sein? Ey, 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 ey. So dumm, oder? Du bist ein Egoist. Ja, das ist so. Du bist ein Egoist. Ja. Peter traust du dich nicht? Ah. Peter ist ein Wichser, das ist alles. Oh, ich war mir richtig gesessen. Boah, ich bin schlecht. Warte, hast du viel gegessen? Lade ein. Ja, ich bin schlecht. Was hast du gegessen? Uff, Gyros-Sonne. Alles, versuch mit extra. Komm, gerade extra. Gyros? Nein. Ja, Tzatziki. Nein. Peter. Oder dein? Ich seh ich nicht. Ah, jetzt. Weiß ich nicht, mit was extra? Keine Ahnung. Sag nicht mit Zwiebeln. Ach so, ach, du bist ja Pommes, lieber Papa, stimmt. Ja, hast recht. Hm. Jetzt ist mir schlecht. Oh. Ich glaube, wir haben noch drei vier Usos noch dazu. Boah. Rieche ist schon geil. Mann, ist mir schlecht jetzt. Riechen sind richtig geil. Habt ihr einen guten Tag bei euch im Ort, oder was? Ah gut, es sind mehrere. Ja, süße. War sogar einer, der hat bedingt bei dieses, äh, mein Lokal, dein Lokal, glaube ich, war's. Ja. Auf Kabel 1 läuft, äh, ist es gelaufen. Oh. Der hat sogar hier gewonnen. War erster Platz. Edel. Ja, bei dem war man. Und den kannst du dir leisten, oder was? Ich hab nicht bezahlt. Mhm. Das ist noch besser. Ja. Umsonst essen ist immer das Geilste. Ja. Schmeckt doppelt so gut. Mhm. Jetzt gleich Pferde melden, oder was? Pferde melden, ooooh. Ich spiel dich, ohne Witz, ich spiel dich so entspannen, du gehst bissel jagen. Ja, ich weiß, ich hab das Singleplayer gespielt. Wenn du RP willst, machst du RP, dann kriegst du auf Leute, wenn du willst, einfach in der Wildnis bissel rumjagen. Ah. Fleisch machen. Leder. Leder sammeln. Fell. Ja, ich hab das auch schon viel gespielt. Aber online, ne? Äh, nee. Ich hab Singleplayer gespielt. Singleplayer? Mhm. Nein, noch gar nicht. Ja, Horst ist auch da bei dir, oder was? Ja, auf dem gleichen Server, ja. Mit Miki und so? Mhm. Er hat letztes Mal gespielt, ja? Ja. Sind da drauf gewesen, ne? Ja. Ja, sind viele. Aber das ist nicht so gut. Hm. Wenn zu viele Streamer drauf sind, das ist nicht so gut. Kein Unterschied, oder? Nicht wegen dem, aber du siehst dann, wie sie auf sich bezogen sind, weißt du? Achso. Weil die die Kunden liefern. Ja, okay. Ja. Und dann wird alles, was, wenn falsch gemacht wird, alles sofort, weißt du? Na, komm. Ja, okay. Weißt du? Du weißt, wenn du verlierst, dann machst du immer blub, blub, blub. Ja. Bin drin, Halle, äh, Questhalle ist das? Da sitzt du, oder vorne? Ja. Ja, ich komm zu dir. Du schon, klar. Ach. Ich muss. Ruf, Panzer. Ich hab ja nicht so viele. Sniper, roadblood muss ich raus. Sniper? Hm, ist dabei zwischen Dorms und... Nee, Panzer musst du nicht raus, Panzer? Nee, nee, ich hab nur einen Ausgang. Achso, schön. Gut, ich kann damit mitgehen. Gehen wir drüben, ne? Ja. Da warst du hier vorne an der Wand gelaufen? Mhm. Boah, die schießen das nicht vor sich, ne? Ja, ich renn schon. Ja, renn, renn. Ich renn. Bin um die Ecke. Geh zu, geh zu Old Gaze. Mich schießt du nicht. Was ist das für eine Scheiße? Du hast nichts gesagt. Hm. Ich geh Old Gaze an, ja? Da ist nochmal eine Richtung Dings drin, in der Halle. In der Halle. Ich bin auf Old Gaze drauf, erstmal. Wo? Ob du bitte auch. Gucken wir doch mal. Das, glaub ich, war auch ein Spieler. Das, was in der Halle war, ein Spieler, Spielerscape, glaub ich. Hm. Ganz schöne Hunde. Wo bist du denn du? Womit zu wehs. Ach da, ja, ich seh's. Hab'n Hemd gefunden. Beige, in Ullach. Ja. Der Winter. Bin durchgesprungen. Bin beim Stash hier. Geh' mal Halle, ne? Ja, irgendwie so. Kann mich Rischala wegknallen. Bin vorhin, bin ich in die Halle reingelaufen. Da haben mich alle freundlich angeschaut. Ja, ich krieg sofort in die Schnauze. Hab'n mich weggeblieben. Den ich sofort geschossen hab'n, hab'n mich weggeblieben. Immer kurz rundgucken. Hier unter den. In dem Stash. Hm. Oh, der Dingsraum ist ungelootet. Schon mal. Hier war keiner. Oh, hier. So ein Dings. Brokel. Geht man auch nicht oft. Ob du bitte auch. Also schießen beim Haus, ne? Mhm. Könnte aber auch früher Skefs schon sein. Geht's zum Wertvollen? Mach' mal, wenn können wir weiter. Ich hab' hier zwei Helme, die bringen ja gut Geld. Okay. Lula kann ich, glaub' ich, für 60.000 verkaufen. Und da hab' ich noch diesen Fast MT gefunden. Alt Frame. Nice. Ich geh' jetzt zum Haus. Ja, hinterm Haus. Hinterm Haus. Hast du alles, ja? Hast du alles durchgeguckt? Alle? Äh, ja. So weit. Oh, Sniper. Skefs schießt wieder auf mich. Sag mal. Ne, die Spieler wegknallen. Sie sind keine Spieler, oder? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich darf auf jeden Fall keinen Skeffer schießen. Muss auf Nummer sicher gehen. Oh, ne Batterie gefunden. Ist ganz an der Ecke. Der Boy. Okay. Wir sind im Green vor dem Haus. Wie soll ich das Skeff spielen? Kann ich nicht sagen. Wie sieht mein Charakter denn aus? Okay. Er sollte eigentlich erkennen, dass ich ein Skeff bin. Ist ja noch dein Däger, oder? Ja, der ist da noch. Ja, er steht. Ich weiß. Kann aber nicht sehen, ob er ein Skeff ist oder nicht. Ich glaube, ich bin gleich dort. Er ist dann noch in der Ecke, ja. Ich komme jetzt auch zu dir. Mit wem hat er sich doch verkracht? Ah, ich mache das nachher. So. Weißt du, der ist da, glaube ich, noch am Looten in der Ecke. Ja, er läuft. Wann mal, ist das ein Spieler, oder? In der blauen Mülltonne. Bei mir. Dahinter. Direkt hinter der blauen Mülltonne hier. Weiß nicht, ob es ein... Pass auf, nicht, dass du ein Dings tötest, oder? Ich habe links geschmissen, Rauch. Du Wichser. Jetzt sterbe ich. Wenn ich jetzt mache, dann lösche ich. Ich gehe treppe hoch. Ja, geh mal. Dann guck mal. Hinter dieser blauen Mülltonne da. Ich sehe ihn, aber ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist, oder ein Skeff. Er läuft nach rechts. Kannst du mir sagen, was das ist? Ich glaube, ein Spieler ist das. Das ist ein Spieler, ja. Ich gucke rüber. Der ist durch Rauch durchgelaufen. Ne, 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 ne. Der ist da vorne noch in dem Busch. Der ist nicht durchgelaufen. Der hat sich hingeschmissen. Der ist nicht rübergesprungen. Der ist ein Spieler, der hat einen riesen Rucksack an. Ja, den machen wir. Der liegt in dem scheiß Busch da drin. Ja, ja. Ja, und? Ist der noch da? Ja, ja, der ist ja noch. Warte, ich mach den. Ich glaube, der ist schon tot. Warte, ich lauf, ich lauf, ich lauf links von dem. Piss dich von meinem Loot. Wow, das sind diese Mehrerspiele hier. Also tot. Ich geh jetzt ran. Ich geh jetzt ran. Ah, ha, 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 ha. Spieler? Ähm, ja. Level 9. Ich bin so ein guter Spieler, ne. Du musst auch hier, Spieler. Hier, 4er. Ja, mach die Leer da hinten. Gott, bin ich ein guter Spieler. Scheiße, drei Minuten, ich muss noch rüber. Ja. Boah, hier ganz fleißig am Looten, der Boy. Hab's schon gemacht oder nicht? Ja, ich natürlich. Ach, was? Ja, bin ich Markpianist? Ich weiß ja nicht, wie ich war. Ja, ich bin das. Ich war das. Nicht du, ich. Steht hier, Markpianist. Ich bin Markpianist. Hm, du bist eine Birne vielleicht. Äh, Fresse, ich hab ihn gemacht. Denn ich bin ein guter Spieler. Worüber reden wir hier? Jetzt muss ich noch ihn zum Sniper-Ding. Ohne einen Skeff zu töten. Das wird spaßig. Weiß nicht, Rennen Construction. Ohne, Sniper-Skeff oben. Ohne. Scheiße. Also, das ist eine dreckige Scheiße. Der Skeff hier. Ich hab mich getötet. Nein, ein normaler. Kann ich auf die schießen? Ohne. Eine Scheiße ist das, weil du nichts gesagt hast. Warum denn? Ja. Was sind das jetzt für Konsequenzen? Mann, 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 ey. Du hast nur eine Minute. Du musst auch rausgehen mal. Wo warst du? Wo warst du hier? Links? Rechts. Da rechts irgendwo lieg' ich. Guck mal, guck mal, was ich mach'. Ja, er lootet mich. Ja, 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 ja. Entmordet. Es reicht. Du bringst das eh nicht mehr raus. Oh, komm, Schiffküste, komm. Es ist doch scheiße, ey. Oh, das brauch' ich. Junge, du musst raus. Ja, komm. Junge. Du musst raus. Meine Freunde hier. Ja, du schaffst das nicht mehr raus. Fick dich, ey. Du musst hier raus. Knappe Kiste. Wichser, ey. Hab ich kein Platz mit deinem Krieg zu tun? Du musst ja auch wie ein Krieger. Besser aus wie er es spielt. Ja, traurig. Ach, gut. Was ist mit dir, du? Minute da. Ja. Hat er vorhin auch gesagt, ne? Ja, hat er vorhin auch gesagt, ja. Dann kann man nie wieder. Muss eben hier die Sachen machen, hier Wäsche aufhängen, diszenieren es. Ist ein Wichser geworden über die Jahre. Machst du nix. Ja, ja, ja. Hm, hm. Hm, du musst ganz richtig gut verkaufen, die hier. Das ist auch in Dings-Item, ne? Dieses, äh, komische Kette. Welche, die Pro-Kill? Oder Pro-Dings? Ja, das brauchst du für Kappa, glaub ich. Kappa, ja, genau. Unter anderem, ja. Das ist ja, was ich hier hab, ja. Das hier, Pro-Kill, ja, genau. Ja. Pro-Kill, ja. Ich hab's noch nicht mal erforscht gehabt. So ein Ding. Kein Platz. So, jetzt muss ich jetzt mal was Sachen verschämeln. Da ist keine Warte dauernd. Ups. Oh ja, 58. Boah, Junge. 1,4 Millionen. Hm, hm. Hm, hm. Na, hui. Ah. Jetzt kann ich alles wegspielen hier. Unmöglich. Dann kommen wir mal schnell wieder zurück. Öbel. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dann kommen wir mal schnell wieder zusammen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und ist aber auch windig gerade hier draußen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch, oder was? Ja, hier sieht ja nur los. Hier ist richtig Atombombe. 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 Ich bin fertig, ja. Ich bin immer fertig. Ich bin immer fertig, ja. Ich bin immer fertig. Ich bin fertig, aber ich weiß nicht. Ups. Was ist denn fertig? Bist du den Pferdekuss abholen, oder was? Willst du die Pferde-App sammeln? Go. Schneller ist schneller Go, aber. Leute, wir sind kürz angebotnen. Was, was? Was, was, was. Ich bin ein guter Spieler, ich muss hier Content generieren. Also generieren oder erzeugen? Wie bitte? Generieren oder erzeugen? Ruhe. Gibt es eine Anzeige. Eliminate Reschala. Geil. Tolle Quest. Kein Problem. Guck mal, Halle gasen. Machen wir ja sowieso schon immer. Oh, ich verkaufe Bazar und dann können wir gehen. Nee, nee, komm jetzt. Wir machen eben noch einmal. Komm ruhig ran. Wir machen jetzt noch eben schnell ein. Ja, ich weiß. Naja, deswegen. Ganz kurz hat es... Ja, ja, komm. Wir gehen jetzt noch einmal. Oh, Kohle. Ja, ja, ist ja richtig was Kohle. Kohle, ne? Wofür auch immer. Deswegen. Weil das wieder gelöscht werden kann. Ja. Peter, was ist eine gute Seite, um ETFs, die komplette Auflistung zu sehen? Also alle Firmen. Also du weißt schon, ETFs sind ja immer eine gewisse Anzahl an Firmen drin. Oh, ja, das weiß ich gar nicht. Möchtest du sagen? Ja, ich gucke immer bei den Herstellerseiten, aber auch da. Also die, die das... Ja, wie Blackrock bei Dings und hier und da. Bei Just ETF gibt es einiges, aber... Ja, aber irgendwie ist das auch alles nix und doch und... Doch, hier. Warte mal. Bist du bereit, Sascha, oder was? Bist du jetzt bereit, oder was? Das ist halt ein Fact-Sheet, ey. Und eine Einladung. Ja, du musst auch mal aktualisieren. Peter, lad dich bitte ein. Jetzt hier, Level 4. Ja, genau. Alles in die Corona-Dange-Looten gerade. Naja. Bitte. Ich sag immer noch bitte. Ja, bitte. Die lässt er dann auch gleich wieder an, ne? Also, da muss ich sagen. Ja, hätte ich doch gesagt. Ist gut, ist gut. Jetzt aber nicht spielen wie so eine Pussy, ne? Rein, nämlich. Boah. Rein da. Indikator. Indikatoren. So. umschießen jetzt, ihr Wichser. Theoretisch musst du für einen Flachett-Headshot zwei ins Gesicht schießen. Ich sag, vielleicht hätte er auf die Entfernung, Peter, glaubt, von vorhin, das bringt nichts. Ja, aber das hatte ich für eine Wahl. Ja, ich weiß, vielleicht ist er aber nackt, dann hol ich nicht die AP-Slacks. Hab ich jetzt. War der ein geiziger... Ich hab 700 Schuss davon. Ja, versteh ich auch nicht. Ich hab jetzt wieder AP-Slacks drin. Aber auch irgendwie interessant, Tito, dass du ihn für die Munition flamest. Das ist halt auch irgendwie interessant. Ja, ist irgendwie interessant. Go! Wo denn gehen wir, ihr Wichser? Hintenrum, komm. Hintenrum. Grafikkarten-Falten da hinten. Oder? Ich will das ja auch nicht immer bestimmen, aber es gibt halt Führungspersonal und Büttel, ne? Und ja. Gucken Sie mal nach vorne, Schütze. Ich kategorisiere euch als Büttel, also deswegen kommt ran und jetzt mal ein bisschen umschießen, ja. Aber nicht mich! Die gut ausgebildeten gehen immer nach vorne, das ist so. Als erstes gehen die KSK-Leute rein, da weiß noch keiner was davon. Also bin ich KSK. Die machen das gestern. Ja, so nämlich, genau. Die machen das gestern. Die gehen ja gestern rein. Ja, ist so. Die gehen ja gestern rein. Ja, ist so. Da weiß das noch gar keiner. Da wissen die noch nicht mal selber. Das ist richtig. Die werden betäubt und aus dem Flugzeug geworfen. Ah. Ja, warum? Ist doch egal. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen, das stinkt wie in so einem Pferdestall. Das riecht doch gleich nach Gülle. Oh, ja, irgendwie schon, wie immer, ja. Das riecht eigentlich nix besonderes. Ich wollt's aber auch noch mal mitgeteilt haben. Wie knifft ich hier gerade? Ergonomie darfst du in der Frage, ey. Das Ding ist so ergonomisch wie ein, keine Ahnung, ein Trailroller. Basketball, ey. Tito an den Skeff. Das ist richtig handlich. Das ist richtig handlich. Wie so ein Bürostuhl. Das ist auch richtig handlich. Ja. Wir sind in der Dieselhalle, Tito, ne? Wir machen hier die Stashes gerade weg. Also, bitte, ja. Das verschenkt nicht an den Skeff meine Korund, okay? Nice. Gott, was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn? Was ist denn das? Was? Gott. Möde. Wir nehmen dich überhaupt nicht mit, ey. Kari, bist du abgehoben geworden und dann wieder in einem Monat broke sein. Ich bin nicht broke. Das geht gar nicht mehr. Ne, eben. Nur wegen dem Hai dauert nicht. Ich kann ja nicht broke gehen. Wolltest du den Tag nicht zocken, dann hast du 500.000 dann wieder. Dann warte ich einfach mal am Wochenende, dann kann ich direkt wieder rein starten. Ja. Ja. Wo bist du? Sag mal, wo kommen die alle her? Ja, das sind die Scanners. Ja, hier schreitet einer als Zucker. Bei dir irgendwo, Tito. Sag mal, wo sind die alle? Hast du da noch einen Spieler? Hast du da noch einen? Ich komm. Ich helfe dir. Deswegen haben wir einen Durchbruch, wo wir gekommen sind. Ja. Ich bin das. Ich bin das. Der ist innen. Ist der Sniper-Skaff, oder? Hey, wo kommen die alle her? Auf und drüben. Ich geh drüben oben. Ich geh wieder zu Peter. Peter, lass Gaffee-Kartenhaus. Das Tito schon, das gibt's nicht. Ich geh Bitcoin gucken. Ich geh Bitcoin gucken. Gar nichts hier. Ich geh Bitcoin gucken. Gar nichts. Ist gar nichts. Gar nichts, Tito. Sag das mal bitte. Gar nichts. Gar nichts. Oh. Okay. Gar nichts. Die Obey magst du jetzt. Ich hab davon noch so viele. Ich spiel jetzt erstmal weg so. Sonst meckert Praporum und sagt, ich muss hier den Aufträger annehmen. Ich kann nicht immer dein Zeug lagern. Du Wichser. Du Böcki. Die hier schließe ich noch mal eben. Und dann machen wir hier mal eben. Tito ist ein Grün, oder was? Tito ist natürlich. Mach uns hier auf. Mach du mal den, ich mach den anderen. Ja, gut ist... Aber... Das ist viel mechanischer Kram. Wir haben so Waffenkram und... Also ich glaub, der Key lohnt sich trotzdem. Schon allein, um hier im Kampffall irgendwas zu haben, wo man sich eben... Verbütteln kann. Verbütteln kann, ja. Und hier ist eine Jacke. Die ist eigentlich worth... Ganz viel Baukram ist hier. Gut, wir sind fertig hier, Tito. Ich kniffte hier ganz bisschen andermoddet. So ein bisschen... Andermoddet, sagst du? Merkst du nicht, sagst du? So, Bohrmaschine, Tito. Ich hab zwei Stück gefunden. Ich hab zwei Stück gefunden. So, ja, ja. Und da ist noch eine. Da ist die Bohrmaschine. Da war... Da war... Da war... Da war die... Da war die... Da war die... Ja. Aber da war mal zwei pro Oma schieben. Ja. Seltsam, ne? Das ist seltsam. Wo waren wir da? Snabberscape, wo bist du nicht da, ne? Ne. Ne. Ich bring dir so stolz von uns auf. Wenn wir nicht hoch somehow... Oh Gott. Aua. Ich hab grad gesehen, du... dass du... einen Abflug gemacht hast. Das ist nur behindert mit dir. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Warte jetzt. Ah, ja, ja, ja. Ah. Warte. Ich bring dir mit den Netzhauten. Okay, warte geht's. Komm, komm. Wohin gehen wir. Wir wächst da. Okay, ne? Na, dann los. Wir wohnen wieder. Wohin gehen rein. Ich blähe. Ich blähe. Ich blähe. so ein richtiger Stratege in dem Game, fände ich. Ich weiß nicht, was das bei mir ist. Wollt ihr hier reinschauen, oder? Bäh. Nur Wichser, die ich kenn. Was ist das? So ein richtiger Wichser-Magnet. Wir gehen jetzt unten durch, Tito. Mr. Wichser. Waren wir hier nicht schon? Nee. Hier war schon jemand hier. Waren wir nicht hier? Oder wo sind wir gespawnt? Wir sind spawnt hinten. Wir sind auf dem Berg gespawnt. Wir sind auf dem Berg gespawnt. Stimmt. Hier war jemand. Hat schon die Jacke gelootet gehabt. Nee, hier liegt aber noch Zucker und alles. Also, ich glaube nicht. Also, Tanke war zumindest noch keiner. Aber Tanke ist auch noch zu. Geh mal ran. Aber mal Lucky Lucky machen. Ich bin rechts von euch im Green. Fünfziger Mac ist hier. Gut. Ich komm. Wo hin? Letzterlings. Sollte man wieder von Swakschen gehen. Guck. Können wir machen. Guck mal. Tito rennt vor. Sehr. Dann ist Peter. Geh mal unten. So. Von hinten. Oben hinter uns. Oben hinter uns. Oben hinter uns. Sicher? Sicher? Ja. Ja, ja. Das kommt von oben. Hat geschossen nochmal. Oder ab da unten. Warte. Ja, ja. Hört nochmal da rausgeschossen. Wir sitzen im Fenster da oben. Wir sitzen im Fenster. Kleiner Hund wieder mal. Ich bin grad am überlegen, wie wir den da rauskriegen. Ähm. Durch Quick Pass wieder rein. Ja, ja. Quick Pass wieder rein. Go. Den will ich haben. Das muss bestraft werden. Stück Scheiße. Go. Den umlaufen wir komplett. Wir gehen jetzt Blue durch, Tito. Ich gas jetzt einfach mal durch. Jetzt wartet doch nicht, ja. Ja, bleib du doch. Ja, bleib du da. Bleib du da. Bleib du da. Du kannst doch von da wieder ran. Sobald wir den Druck machen, bitte abhauen. Dann musst du nur schnell rein. Ja, das ist das Problem. Scheiße. Willst du kommen, oder? Ne, mach dir, mach dir. Mach dir, mach dir. Muss halt von der anderen Seite Druck machen, sobald wir loslegen. Auf der Tankstelle Movement. Geht doch direkt in sein Scheißgebäude rein. Wow. Warte mal, pscht. Mach Druck hier. Schön. Ich hab geschossen von hier. Hat er, äh, 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 äh. Nee, schön. Schön drauf. Hier unten? Ja, ist hier unten. Weiter geschossen, oben. Man kann doch durch die Tür da durch, oder? Wisst ihr, er kann ja hier unten. Er kann ja auch unten die Verbindungsstücke nehmen. Oben. Okay, die ist halt runter. Schieß nochmal, Dieter. Einen hab ich. War der nicht, war der nicht, war der nicht. Hatten Maid, hatten Maid. Hab ihn. Ich hab sie eben hier oben. Ja, zwei sind tot, zwei sind tot. Zwei sind tot. Ich mach mir meinen Arm wieder dran, Peter, ja? Hm. Zwei sind easy tot. Zwei haben wir hier weggesnackt, Dieter. Mach langsam. Nicht, dass du da noch in andere reinläufst. Könnte vom Timing her. Ich komm mit Zeugs rüber. Jaja, kannst, kannst hier wahrscheinlich rein, ja. Die sind beide satt hier. Ich hab mich wieder ohne anzulegen weggelasert. Lasers so stark teilweise auch. Ich komm von der Seite hier rein, mach Tür auf, okay? Ja. Ja. Da waren sie auch zu dritt, ne? Müssen wir noch eben warten. Ja. Tür aufgemacht. Wieder komplett masterminded, ne? Junge. Bin drin, schau nach oben. Also das kann man teilweise nicht lernen. Die wollten weg und sind in uns reingelaufen. Ja. Krass. Da ist Tito. Ja, wir looten die beiden hier eben. Peter macht den ersten, nicht den zweiten. Level vier. Hat er mal direkt gezeigt bekommen, wie das Spiel geht. Aber von oben schießen, ne? Sowas dreistes. Wenn er schießt, dann sicher und treffen. Ha. Ups. Wenn ihr, wenn ihr die, ne? Wenn ihr mit den großen spielen wollt, dann aber auch nicht. Jetzt kommen hier wieder die Sprüche, ey. Oh Gott, ich muss kotzen. Ich guck mal, was er hier für ein Level hat. Drei. Flawless. Mit was sind die Geschossen überhaupt? Level drei AK und alles. Ja. Ja. Er ist flawless. Ja, da kannst du dann ausgehen. Oben, oben ist safe. Look at my horses. Okay. Der hier ist satt. Der hier ist satt, aber... Hätte du nicht geschossen, er hättest überlebt. Äh... Er wollte, er wollte sich ja... Aber... Er hat's versucht, er hat's versucht. Er wollte sich einen Namen machen. Wollte sich einen Namen machen und hat... Das Krieg nicht gescheitert. Wurde... Wurde masterminded vom Brain Bug. Oh Gott, jetzt reicht's auf. Ja, jetzt wird mir schlecht. Gut, was machen wir? Äh, wir können wieder die normale Route gehen kommen. Wir wollten zur Halle, glaub ich, ne? Oh! Bin tot! Oh Gott. Von wo? Von drüben von der Halle. Der will reinkommen. Ich setz mich ins Treppenhaus. Der will ihn looten. Der hat einen Spieler. Peter, äh... Lass mal... Von der Halle. Kann doch nur von der Halle. Tito war oben. Komm her, wir setzen uns hier ins Treppenhaus. Die wollen die looten. Ja, okay. Anabolik, deshalb... Ja, wir gucken mal. Ich setz mich nach oben. Ich setz mich nach oben. Falls er durchgast, dann... Machen wir ihn an der Dings fest, okay? Ja. Bin ich grad erschrocken, ey. Er wird kommen und will Tito looten. 100 pro. Ist okay. Ich sitz hier. Ich bin zwar auf Hartkante dann, in dem Moment. Vielleicht kannst du von oben mit reinhalten dann... Ja, das kann ich dann, wenn du ihn callst, aber... Erste Linie... Ich werd ihn ja früh callen. Ja. Ich vermute, dass er dann rauskommt beim Bekämpfen findet. Vielleicht werden die auch zu zweit. Peter, du musst nicht schießen. Du musst ihn reinlaufen lassen. Und dann Druck von oben. Und dann kannst du ihn wegmachen von unten. Ich werd erst mal ab, ob es zwei sind. Thorsten hat ihn ja safe oben. Na, gar nichts hat mich da weggemacht. So, mit einer, es geb ich ihm, wenn's zwei sind, lass ich's reinlaufen, Thorsten, ne? Ah! Der hat Dings, der hat die, äh... S4S, also die... Entweder Mosin oder was. Also sie wird 6-2er. Und die PS. Ja. Ich hör sie. Ich hab einen Steppen hören. So schnell? Das würd mich auch wundern. Ja, ich... Ich hab mich da gesehen. Das war verlieblich. Ich hab einen Step gehört auf, auf Metall. Okay. Dann lang du das Treppenhaus hast, ist alles gut. Sicher bei mir. Ich seh dich auch da unten. Alles gut. Ah, ne Bulli heißt er. Level Tito auf jeden Fall looten und wir machen ihm jetzt richtig ne Trap auf. Die Frage ist, ob er weiß, dass er getroffen hat. Ja, doch. Ja, doch. Das, das sieht man. Ich bin getroppt. Also... Ich hab die Legends auch gesehen drüber in dem Haus, wie sie getroppt sind. Da bin ich grad erschrocken. Leck mich am Arsch. Bist du raus, du lurt? Nee, ich war im Fenster, hab geguckt, ob jemand von der Halle rüberkommt. Und dann zack, war ich weg. Also du auch rausgelurt. Ja. Ja. Erstmal nee sagen. Erstmal nee. Ja. Interessant ist ja, dass der grad hier herguckt, weil wir waren ja eigentlich leise. Die Gegner haben auf dich geschossen, oder? Ah doch, die haben auf dich geschossen. Ja, ja. Und mich auch. Ja, das kann er orten von der Halle. Um grobe Richtung kann er orten. Das kann er. Kann er. Also wenn er nicht ganz lost ist, dann... Aber der wird kommen. Ich kann... Das ist ein Safe Call. Ja. Der wird kommen und will gucken. Er ist gierig. Womit hat er auf dich geschossen denn? Ich hab's ja gesagt mit PS Mooney. Mit PS? Die große Sniper. Die gute. Die gute PS. Ja, okay. Der wird kommen. Der wird kommen. Der wird kommen. Das dauert einen Moment. Aber der wird kommen. Das dauert jetzt einen Moment, aber der wird kommen. Ja, Granaten kommen hier oben rein. Ich hör was. Ich hör was. Granaten sind hier oben reingeflogen. Wie gesagt. Hm. Da versuch's durchs Fenster zu werfen, der Typ. Das heißt, er ist jetzt noch da, wo man rüber springt. Ja. Der wird gleich rein kommen. Ja. Sonst würde er die nicht werfen, wenn er nicht rein wollte. Nein, nein. Wie gesagt, wenn's zwei sind, lass ich's durchlaufen. Ne? Und schieß dann auf den letzten. Ja. Schwierig. Hm. Keine Ahnung. Mach den ersten und dann kann ich dich assisten. Die rennen eh zusammen rein. Ja. Oh nein, nicht mehr. Ich sag jetzt noch Lust. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Magazine sind faul. Ja. Sie gerade noch so deine... Ja, ja. Die kommen gleich. Ich hab richtig Bock. Du machst den ersten save. Und ich assiste sie dann von oben in dem Moment. Die drehen sich um oder callen hier rechts und sind die fixiert, dann kann ich die von oben weg machen. Aber die Sache ist, wenn sie wieder rauslaufen und auf mich fixen, dann kannst du nicht schießen oben, ne? Wie rauslaufen, das verstehe ich ja nicht. Ja, wenn du sie durchgasen lässt, dann kann ich halt nicht helfen. Deswegen würde ich sagen, du machst den ersten und gut. Ja, ich mach einfach mal. Das, wo ich einen save-shot drauf kriege, das kriegt einfach Hermann und Rückmacher. Ist gut, ey. Hier war ein Laserpointer. Ja, okay. Nicht, dass sie zusammen gehören. Das wäre natürlich wild. Wenn die mich jetzt callen hier. Das wäre lustig. Ja, aber glaube ich nicht. Dafür sind die zu weit auseinander, würde ich sagen. Ja. Wissen die auch nicht, wo ich bin. Ja, wenn sie mein Bild sehen, können sie wissen, wo du bist. Deine Fresse ist halt unten. Sag's halt noch. Ja. Ja, hab ich doch schon vor zehn Minuten gesagt. Ich höre noch nix. Wie vorsichtig die immer sind. Guck mal, das ist reine Hure. So vorsichtig auch mit Granaten noch und schwitze die Schwitze. Ja. Die Nate hat ja nur, die muss er ja aufs Close Distance dann nochmal geworfen haben. Das heißt, er hat dann sich nochmal Mühe gemacht ranzulaufen. Ja. Und nochmal reinzuwerfen. Ich muss gleich dringend scheißen. In jedem anderen Game würde ich sagen, nee, die kommen nicht. Naja, die kommen. In diesem Game haben die Sitzfleisch. Ja, ja, ja. Vielleicht umlaufen die auch oder gucken hier erstmal rein durch die Fenster aus. Jetzt kommen die auch von innen da jetzt. Das kann auch sein. Ja. Das siehst du dann ja aber auch. Ist ja alles gut. Alles gut, wie. Auf einmal aufschauen können sie bitte nicht. Bies. Was haben wir denn auf dem Tacho? Elf Minuten noch. Wild. Echt wild. Dass er nicht guckt, ne? Ja, es ist wie wild schon mehr. Da kommt das rein geholt. Scheiße, ich muss pissen Geht nicht, geht nicht, ja Gestickt nach Pizze Das gibt's nicht Das ist doch ein Schally gerade gehört Hier ein Laserpointer, oder nicht? Ja Dumm ist das hier Komplett Wirft auch nach Gren und checkt dann nicht, hä? Ja, deswegen, das macht keinen Sinn Also nach Gren zu werfen, nicht zu checken Die Zeit haben wir dann noch 10 Minuten Checkt mal hier, ich guck mal ein bisschen rum hier Unten Wie gesagt, nimm mal ein Zeug, was du nimmer kannst oder sowas Und dann geht er raus Wenn wir hier weg sind, kommt da oben eh keine mehr hin Wart mal im ganz großen Sofort wieder da, eine Minute Ich meine die Granaten und so, weißt du, kannst du mitnehmen Achso, ja gut, das kann man Weißt du, Granaten, das, was ich gelootet habe Hm, richtig Also jetzt kommen sie hier, wenn Thorsten weg ist Wir schauen, wie auch hier aus Wie geht's das für ein Schnellge Und jetzt kommt es da oben Und jetzt kommt es da oben Und dann kommt es da oben Und dann kommt es da oben Und dann kommt es da oben Vielen Dank. Vielen Dank. So dringend pissen? Kannst du dir nicht vorstellen. Einmal. Was hab ich für eine Kinderblase? Hm. Okay. Ja, ich seh's. Ich sag, nehmt ihr die Dings, die... Die Granaten und so, dann haut ab. Ich guck mal eben. Ich hab noch, dass ich hab die Treppe hier unten. Aber pass auf so ein Fenster, ne? Pass auf. Ich bin gelegentlich hier zur Leiche, Peter. War's alles versichert, Peter, oder? Mhm. Ich glaub, hier wird nicht mehr viel kommen, ne? Hm. Ja, wieder hier. Komm mal. Komm mal. Oha, hier, Grenadierquests, oder was? Ja, wieder hier. Ja, einen hab ich gefunden, aber... ...drasch wollte ich halt. Okay, Peter. Komm, wir gehen quickpuff wieder und dann... ...äh... ...laufen auch nicht irgendwie in die Reihen. Ich geh jetzt hier runter. Schade, der hat ja klappen können, aber. No, oder nicht. Ich glaub, der Dunks gekriegt. Ja, aber wovor, irgendwie? Dann hat plötzlich jemand gesagt, dass ihr da seid. Oder weiß, dass ihr da seid. Kann auch sein. Dann muss er jetzt zu den Boys hier gehören. Dann muss er ja dazu gehören, ja. Nee, warte mal. Komm, wir gehen quickpuff wieder durch und dann ist gut. Was ist denn? Warum denn immer Stolz? Was hat das denn immer mit Stolz zu tun? Ich weiß nicht. Darüber zu springen? Ja, Stolz ist Stolz. Was, das ist doch nicht Stolz. Das ist effizient. Das gilt Lachs und... So dringend pissen, das hatt ich noch nie. Wenn ich das getrunken hab. Wasser, ja. Junge. Ja, der war Level 39. Jetzt geht der hohen Looter, Tito, weil er sieht, dass wir weg sind. Hm. Ja. Wie gewann sieht er das? Der Maul-Drecks-Käff. Das haben wir. Den Ton verbitt ich mir, aber. Das kräftet weh. So, ja. Hast du? Nee. Tschüss. Das muss man ja andere bauen, die ist super unämonomisch. Jetzt muss ich, ich will einen 3. Scat machen mit der VPO. Hm. In der Quest kriegst du diese Tankbatterie. Wie süß. Ich brauch dich für die Quest abzugeben. Was ist denn? Hier rin, hier ist was. Direkt an der Wand. Direkt an der Wand. Hier aber tot ist. Ja, hab ihn. Skiffer, wa? Ja, ist doch ein Skiffer. Oh, ich hab noch 6 Essen. Auch noch 6. Ja, schade. Ich dachte, das wär ne gute Idee, aber irgendwie. Okay, das wird kommt. Klapp. Ich bin schon seltsam, dass er nicht das nicht bekommen ist. Schon ein bisschen seltsam. Ja, vor allem mit der Gren vorher noch. Ja. Vielleicht war er sich nicht sicher, ob er die wirklich hat. Also das hätte die Nate auch nicht mal geworfen. Ja gut, ja. Aber dann nicht zu kommen, nachdem er die Nate schmeißt, ist auch irgendwie seltsam. Also ich meinstens, wenn man was weiß, sag ich mal. Ups. Wichser. Na ja. Richtig böses Lachs hat er gekriegt, der erste Nate-Umgang. Wichser. Ich hab ja so viel gelootet, ey. Oh, ich auch. Was ist das? Oh, ich hab ja so viel gelootet, ey. Ein Sugar. Sugar ist immer gut. Sugar ist immer gut, war immer gut, bleibt immer gut. Sugar ist gut. Sugar ist gut. Sugar ist zuverlässig. Flawless. Flawless zero. Und Tido. Alle satt. Ups. Was soll das? Deine eklatante Art. Eklatante bist du. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh, ich bin auch so wieder ready. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wollen wir schon gerne noch. Ups. Ja, anschauen. Oh, bad moving items. Nein. Oh nein. Oh nein. Oit, andere Sätze. Oh, geht schon. Boah, wir haben noch ein Essen trinken, ne? So sind es dann effig. Oh. Okay, man ready, mmh. Man ready, mmh. Man fehlt eine Munition. Man ready, mmh. Ihr Wichser. Das ist eher für uns schwitzig hier. Nikita soll seine Scheiße fixen. Was soll denn das ihm gegenüber? Er ist doch ein Netter. Er ist doch ein ganz Netter eigentlich. Kommt jetzt ran, oder was? Ja, ich weiß ja nicht, ob du fertig bist oder ob du noch ein bisschen länger sortieren willst. Ich denke, du hast sieben Monitore, du wirst das aber sehen. Ich sehe das, aber ob du wirklich fertig bist, die ist ja wieder auf einem anderen Papier. Wird sein, dass du noch wieder die Wäsche auflöst. Komm, geh holzacken. Geht los? Zieh da was mit dir? Bin da. Brauche ich 13 Scaves? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich habe auch die Dailys, 25 brauche ich. Ja, Daily. Ja, ist mir scheißegal. Wenn ich welche sehe, töde ich die. Scheiß auf deine Batterie. Ich bin wichtig. Eben. Diesmal wird hier gequestet. Ja, wir questen, ne, Peter? Was ist denn das jetzt für eine Scheiß-Aussage? Hier wird alle drei Wochen am einen Samstagvormittag Quest gemacht. Ich würde es questen. Oh, nee, jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Alter. Möchte ich uns streamen machen, lieber heute Abend. Ja, streamen es an, du Wichser. Aber jetzt sollst du spät, Thorsten. Sowas will ja. Jetzt ist schon viel nach acht. Das lohnt jetzt nicht mehr, auf Shoreline zu gehen. Also wirklich, ey. Das hat Schwäche zuhören. Nie, müde, unie. Ja, wahrscheinlich, Alter. Wichser, ey. Ho, 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 ho. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kannst du nicht ausdenken, dass der da echt noch eine Granate wirft und der nicht kommt. Boah, was war das für eine Ladezeit jetzt? Wurde das sagen, es ging aber schnell. Geht los. noch mal drei minuten ja ja ein server freigeschallt aber ich gemeckert habe also seine scheiße fixen macht er das auf ich gebe ich jetzt an den häuschen nix 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 Guck auf den Bohnen, Junge. Ja, da ist einer. Wie ist der? Zweimal hinschauen lohnt sich. Wollte ich den Big Red zurück, oder? Ja, ja, Grafikkarte gucken, ja. Hinten Big Red auf jeden Fall. So, wir können direkt go. Info haben wir, weiter geht's. So, probieren wir's mal. Ja, bin drüben. Ich schaff's, ich bin drüben. Ich schaff's, ich bin der beste Spieler. Hast du ihn? Kommt ihr? Angebrochen. Gehen wir rush rüber, oder Mitte? Sehr geil. Vom Timing her... Wär's, glaub ich, besser Mitte. Ah, wir können auch rush go. Ja, die kommt uns entgegen! Zwei! Wo, wo? Grün. Grün, mitten drauf! Mitten auf der Brücke! Nicht, komm! Auf dem, beim Red! Höher Red! Nach hinten weg erstmal! Oh, oh, oh! Getroffen! Ja, getroffen! Die sind getroffen! Ich hätte getroffen! Mich auch! Zeilen! Boah, Alter! Ich wusste, dass das Timing... Ja, ich muss mich ein... Ja, ich geh mittig! Ich geh mittig! Ich geh mittig! Ich geh direkt drüber! Ich auch! Die sind bei den Stashes safe! Aber irgendwas hab ich auch getroffen! Der hat geschrien, ne? Der Nate! Die sind hier schon oben? Bleib mal jetzt alle stehen! Wo sind die? Na, hier oben noch nicht! Ich geh runter da, wo wir sonst immer rüber gehen hier! Ich geh mitte runter! Vielleicht haben da welche gesessen! Wollen wir gucken? Ja, aktiv! Okay, go! Komm! Peter, mach Druck! Ich komm dann hier oben runter bei dir! Tito, wir suchen die jetzt! Ja, ich bin da! Ich komm von oben! Tito, wir machen Druck, ne? Ja! Mach ich! Stop am Hang! Move mal bitte nicht mehr, Tito! Okay! Na, Peter, ich geh jetzt ran! Wir gehen nicht zu weit! Wir können wieder zurück sein! Na, wenn sie! Wir sehen nämlich nichts! Vielleicht auch noch nicht! Such dir eine Deckung! Ne, der Hauptsache ist eine Deckungszone nach drüben! Ich geh unters Rohr! Die sind so anders! Beim Rohr! Wie viele waren das? Zwei, drei! Ich geh ins Green Egg! Schießt auch keiner auf mich! Die sind weg! Geben woanders lang! Glaub ich nicht! Mal gucken! Ist jetzt Schnellschutz passiert! Ich bin wieder Garage hinten! Richtung Panzer unterwegs! Ich bin im Green Egg! Ich check jetzt erstmal Red! Erstmal Red checken jetzt! Dann haben wir die alle gesprengt! Die waren echt mittig auf der Brücke! Ich hab zwei rübergeschmissen! Das könnte sein! Einer tot! Einer tot! Und ich werd von drüben beschossen! Ey! Ich werd von drüben beschossen! Aber einer ist tot! Einer ist tot! Einer ist tot! Nein, ist gut! Leg mich hier in die Ecke! Alles gut! Ähm! Ja! Irgendwo am Hang! Links! Linke Seite! Fast am Wasser! Unten! Irgendwo! Schätze ich! Ja! Zu dir wollen, seh ich das! Pass auf, dass die dich nicht über Mitte umlaufen! Also einer ist tot von denen! Aber die haben den schon gelootet! So wie es aussah! Mal nochmal im Pain-Mittel rein! Gido, wo bist du? Ich bin über dir! Schau Richtung drüben! Auf der anderen Seite Richtung Hang! Ja, da sitzen sie jetzt nirgendwo! Ich seh leider nichts! Es ist auch so dunkel! Natürlich Timing, ne? Ja, das war aber klar! Kann ich mir fast denken! Dann waren die aber nicht mehr oben drin! Hm... Hier war ein Haus... Oben noch, es kommt ja durch, wenn es das saut, ein Minütchen oder eineinhalb! Da müssen sie auch noch bis da rüber gelaufen sein! Ich glaube, sie sind gestartet und direkt durchgejoggt! Also einen Toten hast du da? Einen Toten? Einen Toten liegt in der... Im Red! Den haben sie aber... Also schon leer gemacht oder... Pass auf, ich versuche nochmal einen Shot zu baiten! Muss den nicht! Doch, ich mach! Ich will hier weg! Ich hasse es hier! So, geht los! Bin an den Rohren! Tito, vielleicht kannst du gleich was spotten! Ich renne jetzt hoch! Ich seh... Ich rucke die ganze Zeit, aber ich seh leider nichts! Ich bin oben! Ja, er hat nochmal geschossen! Hm, okay! Bin zwischen den Garagen, ich hau jetzt ab! Er schießt nochmal! 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 Gut! Bin durch! Ich geh jetzt große Brücke rüber! Push rüber! Ich bin bei dir vor dir! Ich seh niemand, ne? Ja, ist alles gut! Guckt einfach weiter! Vielleicht seht ihr den Movement! Nicht umlauf groß, okay? Du musst das da links haben! Ich hab ja... Guck mal, ich kann Trash sehen! Ich kann Mitte sehen! Und ich kann theoretisch auch oben sehen! Ich seh alles andere! Ja, das kann anders... Aber nur ein Spieler, der schießt grad, ne? Irgendwie... Vielleicht hab ich sie hier gesprengt und die können mich jetzt halt ansagen, bei euch nicht! Also... Alles gut! Na, ich gas jetzt rüber! Äh... Big! Big Brücke! Ich seh alle anderen Querungen! Du meinst, die Schüsselkammer oberhalb oder unterhalb vom Hang? Ne, auf dem Hang sitzt sie ja irgendwo! Da kann ich dir nicht sagen! Ja, ich seh leider nichts mehr! Ich geh jetzt große Brücke, also... Du willst sie sehen, wie drüber kommen von Tito, ne? Mhm! Du siehst sie doch, wenn sie drüber kommen, ne? Nicht, dass sie immer hier am Rücken hat bei mir! Ja, ich bin hinter dir! Sozusagen! Aber wo siehst sie, wenn sie zugepusht? Das ist das Einzige! Ich seh sie nicht! Was deckst du denn? Ja! Ich bin drüber, Bus halt in der Garage! In Buschen, schau rüber! Ob ich was sehe! Guck den ganzen anderen Hang! Wo ist die Brücke? Höre ich Steps? Ne, ne! Diese, diese... Da oben drin! Hat mich gehört beim Bus! Du, ich hab beim Bus was gesehen! Ja! Ist beim Bus! Bist du schon auf deren Seite Bus oder auf unseren? Nein! Der beim Bus ist... Hat Hits! Ich verpiss mich erst mal wieder! Ist auf der Brücke! Auf der großen Brücke! Beim Bus! Beim Bus, Tito! Ja, ja! Wenn er sich außen zeigte, sehe ich ihn! Du hast erwischt! Du hast erwischt! Du hast erwischt, Tito! Schon! Links der Bus! Links! Der! So, ich mach rechts Druck, dann kannst du links schießen! Okay? Er geht nach hinten! Er geht nach hinten! Er schiebt nach hinten! Ja! Ich geh hinterher! Er ist schon wieder auf der anderen Seite! Ich bin jetzt beim... Bei der... Er ist schon wieder ganz rüber! Ja! Was? Wieso schießt der denn nicht, Alter? Ich kann auf die Distanz... Er ist drüber, drüber, drüber! Ja? Er ist drüber! Am links an dem Häuschen! Ich mach Druck! Hm, ich komm unten! Er ist an dem Häuschen ganz hinten links! Ja, er schießt! Ja, er schießt auf mich! Hm, geht's in Deckung? Ja! Ich hör ihn! Ich muss ihn nachladen! Ganz vorne, ja! Genau da vorne ist, ja! Er ist jetzt dahinter gelaufen, glaub ich! Hinter das Häuschen! Lass euch nicht holen jetzt! Er ist, äh, meine Posi ungefähr irgendwo! Meine alte Sniper-Posi! Ich hab Trash im Notfall! Keine Nades mehr! Keine Nades mehr! Keine Nades mehr, ja! Hinter, hinter der, äh, Hütte ist er, Tito! Ja! Ist er, ja! Der muss gasiert haben! Ja! Ich hab aber nichts gehört! Kein Schrein oder so! Ja, der schießt! Weiter, weiter weg ist der! Ja! Ich würde das hören! Mottos, da hab ich geschossen! Ja! Hier! Und ich mein, ich hab ihn getroppt! Ich bin mir nicht sicher! Aber, ne? Ich geh mal näher ran! Ich geh einfach mal näher ran! Mach du mal Druck unten, Peter! Ich mach hier oben! Bei mir kommt was bei mir! Ja! Das ist jetzt der, ja, ich... Nice! Geff! Ja! Hatte mich erschrocken, der Scheiß, Geff! Ich geh unten rein! Schieß nochmal einmal dahin, Tito! Zu dem Typen, dann, dann pushe ich! Ich geh einfach irgendwo hin! Ich seh ihn unten! An der Rush! Ich bin los! Ja, achso! Mitte, Mitte bin ich! Nein, das bist du nicht! An der, an der Trash! Er geht wieder hoch, Tito! Er kommt wieder hoch! Er ist hier! Er springt hier irgendwie rüber! Er kommt an den Bus, an meinem Bus! Ich verschiebe, ich verschiebe! Unter der Brücke! Unter der Brücke! Hat mich! Hat mich! Pusht mich! Am Bus! Am Bus! Am Bus! Am Bus! Oben drauf! Lootet mich! Lootet mich! Am Bus! Oben drauf! Er lootet mich am Bus! Ich lieg vorne am Bus! An der Front! Vor dem Vorderfenster! Den ersten Bus! Da! Genau! Hab ihn! Gut! Schönes Ding! Ja! Vorne liege ich! Hm! Er ist tot! Easy! Oh! Hui! Ich schwöre mich jetzt mit dem Thorsons Zeug! Ja! Bitte! Alles gut! Machen! Ruhe! Hä? Der hat eine M4 in der Dicke! Spieler bei Tito? Ja! Irgendwas bei mir hinten! Boah! Mach langsam! Lass dich jetzt da nicht wegholen! Alles gut! Kleiner Hund da, ey! Den auf der Brücke haben wir gesprägt! Den könnt ihr auch noch looten, ne? Den im Red! Ja! Nice! 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 Danke! Danke! Beste kannst du neben mich legen! Gutes! Ich hab noch keine Grants mehr! Ne! Hm! Ah! Junge Junge! War auch wieder die ganze Zeit Dampf gemacht, ne? Mochte ich! Sterbe ich auch gern! Ist halt einfach so, da sterbe ich dann halt auch gerne! ne? Einen geilen Fight! seh ich mich! Wer hat kein Fight! Ja, das fällt ins Wasser. Hatten wir auch schon ganz oft. Weg damit. Wenn du das Wasser verharrst, schläfst du drauf. Naja. Jetzt geh ich meine dran. Richtig dreckig hier. Durchs Fenster. Für eine AP-Slack gekriegt. Magisch. So will ich das immer haben. Oh, das können wir auch. Machen wir auch noch billiger. Den Helikopter, Junge. Ich mach gleich ein Helikopter, glaube ich. Mach den Helikopter. Dein Gear. Scheiß auf dein Gear. Nimm all sein Zeug, dieser Haunt. Drückt er mich wieder mit Interp weg. Wieder trifft das Scheißgäfte. Ja, hab's gesehen. Wahnsinn. Z. Boah. Ja, ja. Der hat doch noch eine dicke M4, oder nicht? Ja. Die Skeff, äh, die, die, äh, Quest M4 ist das. Und denkt an den im Red, ne? Der ist auch noch einer. Zum Ropfen. Das könnte für Tito interessant sein. Diese kleinen Hunde lassen wir auch gehen. Die ist so schön. Dann schmeiß ich meine mal weg. Das ist von der Quest. Das ist die von... Ähm... Mechanic, die, äh, Waffen-Crafting-Quests Level 10. Ja. Das finde ich hässlich, ne? So. Das mache ich überhaupt nicht. Nee, das ist auch richtig dumm. Da ist es halt von Mechanic Quest. Das ist... Oh, der ist der Scheiß. Ja. Das ist auch richtig dumm. Überlegst du euch hab ich, Tito. Richtig mit. Ist das weg? Nee. Nein. Ist er mich geschossen? Nein. Er guckt in eine ganz andere Richtung. Ach, scheiß. Na, bis jetzt, dass der noch lebt, ey. Das ist bei den Chippy-Looten, den wir dann lang gemacht haben. Ja, Tito hat den Sniper-Scape gemacht. Ah. Wir müssen ihn doch looten, da. Ja, was ist das? Im Red, oder welcher war das? Hm, im Red, auf der Rush-Brücke. Ja, ja. Er war im Red auf der Rush-Brücke, ja. Ja, Rush. Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm mit der Satur los, Alter. So, war noch keiner dran. Gemacht hat den dort Pimmelnase mit Granate. Nice. Auch wieder exzellent gecallt. Ja, war natürlich richtig gut gecallt. Kannst, kannst nicht... Ach, Gott, ey. Tito, kommst du? Tito lootert noch. Ich meine, er hat nicht viel, aber kannst du ein bisschen was, kannst du dir mitnehmen, hier. Oder bist du eh schon voll gelootet? Nein, nein, ich komm. Ich komm mit dem Dingspass-Matic-Zeug. Ja, komm mal, dann lege ich dir das in den Typ hier rein, so, kannst du den Grisling haben. Ist ja dem Typ drin. Mhm. Du kommst angedruckt, ne? Ja. Na, ich sitze hier im Busch, ich sehe nichts, aber hier kannst du rangehen. Wo ist der? Links den Red. Hast du ihn gemacht, oder was? Ja, eine von denen, der jetzt sich oben rübergeschmissen hat. Richtig geil. Voll das Bombardment, ey. Ja, dafür war das halt gut, ne? Du hast früh gecallt, war noch hinterm Bund Dings. Und dann einfach mal oben rübergeschmissen, die Dinger. Ja, haben wir alle. Wie die Bekloppten da, ey. Da haben sie auch gedacht, was kommt da denn angeflogen? Kommt auf einmal so. Dreimal drei Granaten darunter gehagelt, ey. Finde ich gut, finde ich gut. Geht weg von den Granatrichtern. Gut. War ich im Hideout in der Zeit. Den hab ich mit meiner Nate gemacht. Den hab ich mit meiner Schrotte gemacht. Easy. Easy für mich, ne? Äh, äh, äh. Oh Gott. Was bist du nur für ein Wichser, ey? Das verstehe ich teilweise nicht. So schöne Korunden genommen, ja. So best schön. Komm, auf geht's. Das verstehe ich halt zum Teil nicht. Resetten wir mal eben. Kann gut und gerne noch was von vorne kommen jetzt, ne? Ja, ja. Muss ja echt ein bisschen aufpassen jetzt. Das Zeug von anderen sprich ich mal gerne weg. Huch. Gut. Nice. Und we don't belong. Oh. Was ist denn los bei euch? Bist du eigentlich behindert? Granatenquers mal brav, aber immer gut. Ja. Und die schon mal weg hatte schon mal, was wäre da? Krieg ich da, ich strafe noch weg und krieg hinterm Bus wieder irgendwie so einen reingedrückt. Scheiß. Da kommt was raus hier. Komm was raus hier. Das Skopje mache ich gar nicht. Ja, das eine... Zoom ist doch ganz gut, also... Ja, das... Ja, das... Naja, nee. Nee, nee, ist auch schlecht. Aber das zum Zoom, wie ist das denn zum Zoom? Ja, das ist ganz gut, finde ich. Es geht auch besser. Das geht alles besser, sage ich mal. Das geht alles besser. Ich will nichts von dir. Lauf hier rein. Da haben wir zum Holo eigentlich viel, viel getan, so. Schön, schön. Schön gehandelt, den Mann. Ich kenne den Mann. Hätte ich gedacht, ein Spiel hätte ich gehabt, aber... Nix. Jacques Chirac hieß der. Warum spiele ich mal so ein M4? Aber wie, was wir im Skop gefällt begann? Mach andere drauf. Machst du unser Standards-Scope drauf, oder? Habe ich viel M4 mitgespielt, ja. Die ist eher drauf, hatte ich... Das geht nicht. Das geht nicht. Den Laser, den Laser würde ich da... Oder die Lampe würde ich da irgendwie seitlich dran bauen. Die ist ja voll im Weg sonst. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Überlegt sich in so eine Kacke hier. Das ist eine Mechanic-Quest. Weg damit, ey. Jetzt können wir die Quest vom Schücherwüge sein. Das ist auch so richtig behindert, oder? Die Kacke ist vom Papst, Alter. Der ist ja mega her. Kommt in, der kommt einfach drauf. Der kommt einfach drauf. Der kommt einfach weg. Kannst du das noch weiter nach hinten? Der geht nicht, ne? Der ist der einzige Standort. Muss unten einmal gucken, ob die richtig sitzt. Ich glaube, die kann man normalerweise noch ein bisschen nach hinten machen, aber... Unten im Hideout, meine ich. Nö, passt wohl, glaube ich. Nicht, dass das Fadenkreuz so klein wird, weil die so weit vorne ist. Aber ich kann mich täuschen. Junge, was bin ich heute müde. Survival, survival. Das hat er doch geschossen. Ach komm, ich hab hier... Nö, nö. Also wieder ready. Nö, können wir wieder rein. Nein, wir ziehen heute noch, ob ich 90 Schuss dabei so überreiche. Das ist schon jetzt noch. Das machen wir. Bestchenhelm. Ach, das ist ja nicht mal einer. Wie war seid ihr, wie stark, glaube ich, bei dem? Nö, in der Lobby. In der Lobby, von daher. Geldbörse. Da ist es morgen, ne? Keine Nate mehr. Scheiße. Apo, Junge. Möchtest Puppen nicht. Hm. Geldbörse. Geldbörse. Rauf die Geldbörse. Wie sollst du es schaffen mit dir? Ups. Ui. Mattarella als Staatpräsident wiedergewählt. Ah. Der alte Sack. Du hast nur wieder von Luftgewehr damit gebrochen. Was ist das denn? Was ist das denn, Tito? Er mag es so. 13 Scaves. Du kriegst einen Scheiß. Ich brauch die auch. Mit der Waffe und der Money drinnen. Dann krieg ich diese zwei Tankbatterie, wo ich brauch für die Quest. Die läuft ab, meine Quest. Meiner auch. Meiner auch. Also fickt euch. Tankbatterie kostet 200.000. Nein, du brauchst einen Fein in Raid für die Quest. Du brauchst die Fein in Raid. Ich geh halt mal Reserve. Da liegen die rum. Wo? Bei den Tanks. Da sind zwei Spawns. Dahinter. Dann gehst du da mal rangehen. Dann holst du mal einen Schraubenschlüssel mit. Und einen Neuner. Und dann geht das. So einen Neuner Maulschlüssel. Und gehst da mal ran. Ich brauch dafür halt die eine. So, jetzt weg. Ich tue mir irgendwo auf Dings. Construction. Kämpft ihr alle ab. Jetzt habe ich nicht vergessen, mich zu bringen. Silence. Oh Gott. Thorsten, Frage. Ja. Antwortest du nur mit Ja oder Nein? Chips? Ja. Ja, hole ich gleich. Absolut. Was für Chips? Bist du viel wichtiger? Zeig ich dir. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Nicht frisch. Wo ist denn die Packung davon? Hm. Die da. Ah, geht los. Zwei Minuten schon wieder. Ofenchips Paprika. Du bist ein Fetty. Ich bin wohl der Hübsch. Nee, du bist fett. Das ist das Problem bei dir. Nee, du bist ein Fetty. Du bist Lord. Du bist Fetty, Fetty, Bum, Bum. Fetty, Fetty, Bum, Bum. Bum, 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 Bum. Fetty, Fetty, Bum, Bum. Fetty, Fetty, Bum, Bum. Hinten werden Grafikkarten entgegen gehen. Fetty, Fetty, Bum, 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 Bum. Bum, Bum. Ja, hinten lang. Grafikkarten checken. Für den Grafikkarten, ne? Fetty, Fetty, Bum, Bum. Nimm die Finger da weg. Hau ab, du. Hau ab mit deinem gierigen Flossen. Das ist mein Essen, du. Mein Essen, da stellt sich keiner dazwischen, du Wichser. Gierigen Flossen, da. Das ist mein Fressen, du Fucktat. Hau ab mit deinem Finger aus meiner Ein-Mann-Ration. Das ist wirklich nicht, dass aus der Ein-Mann-Ration jetzt eine Ein-Personen-Ration nach. Powerbank und Lachs. Und weiter geht's. Buh. Fetty, Fetty, Bum, Bum, Bum. Fetty, Fetty, Bum. Ich freue mich um so eine CQB-Version von der M4, wo du so richtig schön schwitzen kannst. Kannst du das machen? Kannst du dir die verschiedene Läufe kaufen? Naja deswegen. Musst du nur eine bauen. Komm, wir gehen grabe kann. Wetten hier sind noch welche. Sprotten sind hier. Pass auf die Fenster auf, ne? Sieht nicht so aus, als wäre hier schon was gewesen. Ich habe auch schon erlebt, dass irgendein Spacken sich dann verkrochen hat. Der Sniper-Skiff schreit. Wird geschossen. Schießt nochmal. Der Dreck sagt, der sieht mich aus 200 Kilometer, sieht der mich. Ja sicher. Was sagen wir mal? Warte. Ha, 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 ha. Hat ihm den Arm weggeschossen. Ja, aber wie? Mit dem legt man sich nicht an. Don't fuck with the fucker, or you get fucked. 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 Kann doch nicht wahr sein, dass hier... Wo gehen die denn immer hin, diese Hunde? Ich werde mal wo die Docks immer hingehen. Komischen Leute doch. Machst du mir nicht mal Geld für einen Scheidämpfer? Warte mal. Tito, ohne D und Scheidämpfer, ne? Escape von mir, escape. Ne, 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 wer den Attracted beim Scheidämpfer, den muss den auch selber, ohne Schärfe. Kann das schön selber machen. Ups. Alter. Hätte irgendwas die Scheibe eingeschlossen. Nö, ja, ne. Mach die USAC-Räume noch auf, scheiß drauf. Was zieht du? Ich bin da draußen, wo wir uns den Skate holen. Ich bin da draußen, wo wir uns den Skate holen. Kommt hier was rein? Hier kommt was rein. Kommt was rein. Nicht in meine Tür laufen. Die da, oder? Kommt nach mir draußen. Da kommt noch mehr. Ich hab voll Feuer. Zweiter Tod. Sind Skefs, da? Ja. Zwei Skefs da unten hier. Okay, ich komm nochmal zu euch hin. Oh. Ich komm nochmal zu euch hin. Ich bin da einfach rein. Ich dachte, das wäre ein Team, ey. Wir waren aber... Hier ist noch einer reingelaufen. Von den Main rein. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Schön. Hab ihn. Suga. Wichtige Besovskis, ey. Wer ruft außen? Bei uns? Tito, hier ruft noch was. Seh ich leider nicht. Peter. Oh. Hier, wo ich gerade den Skefs getötet hab. Vorne, beim LKW. Unter der 6. Der ist hier reingekommen. Ach, das bist du vielleicht. Ach Gott. Nee, kann sein, dass du... Du stehst still. Er hat gerade Munition nach hier bei mir. Nee, alles gut. Gut, gut. Mal gucken, wie viele brauche ich denn noch? Ähm. Ach, da vorne ist ja wohl ein Skefs da vorne. Ich muss aufs. Hier ist alles voll mit Skefs, Leute. Wie viele Skefs sind denn hier auf dem Server? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn da draußen los? Ich loote mal mit den einen Skefs hier, Peter. Hm. Ich hab gerade gesehen, meine Skefs-Kill-Quest muss ich auf Shoreline machen. Meine Daily. Und dann aber mit der Arkheim wahrscheinlich, oder? Nee, ohne. Das ist eine Daily, wie gesagt. Ist egal, keine Bedingung. Und trotzdem der Beste hier von uns. Ähm. Können wir weiter machen? Ja, ich... Was willst du denn? Ich loote erstmal hier die Skefs, hä? Hä? Wir werden hier komplett... Äh... Wir können weiter, ja, klar. Ich warte nur auf euch, ehrlich gesagt. Zehntausende Rubelze. Kommt da was rein? Peter? Ich hab vorne gegangen. Ja. Hast du ihn? Ja. Peter hat ihn ganz professionell gemacht. Scheiß drauf, nur Müll drin hier in dem Boy. Na dann weiter, komm. Wirst du denn noch Dieselhalle gucken, oder willst du nicht? Die PCs oben? Jo. Gut. Da schießt jemand von hinten. Old Gas. Hehe. Abgehoben, da geht's nicht mehr, ne? Nix drin gesehen. Ich geh an den Stasher. Ich versteh nicht, wo die hinten sind. Sind die immer in Dorms, oder was? Scheinbar. Also, das ist ja wohl... Momentan ist schon wieder... Aber... 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 Jetzt mal mal hinten, ne? Äh... Old Gas. Ja komm, dann geh ich schon mal hoch. Oh. Oh. Ja, ja. Hab ihn. Easy life. War komplett leicht. Ich lieg grad auf diese... Diese Tanks und guck mal, ob ich was sehe. Würdest du mit uns rumlaufen? Hättest du schon fünf Scaps gemacht? Naja. Das macht doch nix. Nein, macht es mir auch egal. Hä? Was soll denn das jetzt? Deine Aggressionen mir gegenüber. Der war so netter. Was soll das, hm? Hm? Ja, es wirkt irgendwie wie ne Lootrunde. Aber warten wir mal ab, was noch so kommt. Chips. Chips. Ach, du bist ein Fatty-Lord-Bum-Bum. Ich esse auch gleich noch ein bisschen Schokolade. Kannst aber auch lassen, ey. Da kannst du einen drum looten, ne? Da kannst du einen drum looten, ne? Da kannst du einen drum looten. Also hier oben war nix. Mehr guck ich mir nicht an. Ich guck mal, was der Scaf hatte hier. Der sieht aus, ein bisschen wie Richala in Billig. Okay, wir fertig. Lass noch die Leiche bei der M4 gucken, Peter. Die hat auch manchmal was Gutes dabei. Wird der eine Stash in der Ecke, war ich jetzt nicht, ne? Hm. Egal. Gucken wir ihm hier die Leiche an. Nix. Nur Müll hier. Oh, ne Katze ist es hier. Willst du die Katze mitnehmen? Ne. Ja, ich nehm sie mal mit. Scheiß drauf. Scheiß abgehobener, abgehobener Streamer. Da haben wir mal ein paar Sprotten in den Mund. Schön reinschmatzen, ey. Boah, Bredner. Wie super. Es ist Tito, der da ballert. Auf n Scaf. Boah, er trifft ihn irgendwie nicht. Alter Tito. Alter Tito. Aber hast du jetzt gesehen, was er verträgt? Die sind im Mund, wo er durch... Ich krieg Nasenbluten. Ich krieg Nasenbluten bei dir. Muss die gute Muni mitnehmen. Wer rettet auf Metall? Ich nicht. Bei mir kommt was. Das ist auf Metall gerannt, irgendwo bei der Halle. Wo ist Tito jetzt genau? Ich bin unter diesen Gastanks. Ich seh dich. So, mit der da oben? Ne, ich nicht. Oben läuft. Ja, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ich komm jetzt zu dir, Tito. Die kommen zu mir, die kommen zu mir, einen Gang. Festhalten ist irgendwas. Ja, ich bin da. Bin da. Ich hör sie. Sind auf der anderen Seite. Ich komm zu mir, zu mir. Ich werf ne Gren hin, zu ihm. Ich auch. Hau ab, Tito. Oh, die saß. Irgendeine von euch saß. Ich hab... Da waren aber zwei, glaub ich. Pass auf. Einer soll... Ja, geht ein bisschen zurück. Die eine saß. Ja, ja. Die versuchen nur uns zu sprengen. Junge, was war denn das von irgendeinem von euch? Oh, ne Flash hier. Ist noch was? Da rett noch was rum? Ja. Ich bin bei euch bei den Tanks. Wie denn die, Peter? Die werfen zurück hier. Das war ne ganz schöne Wachtel. Ich sitz noch zwischen den Tanks, ne? Geht doch einer oben in den Grafikkartenraum, Tito, du. Tito, geh mal rein mit deiner Kniffe da oben. Tito. Vielleicht ist das ne gute Idee. Ich geh, ich geh, ich geh. Ich hab noch zwei Grenzen. Ich werf die da mal hin. Bin die auf der anderen Seite, Thorsten. Ich mach kurz mal die Scheibe kaputt, damit die was sehen kann. Pass auf, dass die dich nicht sehen. Also den einen habt ihr gesprengt, da bin ich mir fast sicher. Ich geh mal links. Ja. Bei Peter, 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 geh in Deckung. Links außen ist was. Ja, ich... Ich hab hier, mach in Ruhe. Mach in Ruhe. Arzte dich erst. Mach alles wieder dran. Die wollen raus. Wir auch irgendwann, aber... Oh, hier, move, wieder was? Ist vorne, ne? Ich schau links von euch Richtung Dings, Richtung Bunker. Wenn der vom Bunker hochgeht, ne? Ganz links hat einer geaimt. Der rüber geaimt. Der hat mich gerade... Scheiße, er ist wieder zur Halle. Er rennt wieder zur Halle. Tito? Der ist durch. Der war noch in der Ecke, hat überlebt, irgendwie. Auf deren Seite aber. Ja, auf deren Seite. Auf deren Seite, ja. Ihr habt ja schlechte Vision. Ah, okay. War nur ne Idee. Ich muss mich kurz sauer. Ihr habt zwei Arme kaputt. Ja. Wacht mal. Kommt noch Granaten? Die sind wieder zurück. Wir können ja nicht rüber hier. Ne, ne. Ich frage, ob Bunker auf ist, äh, oder Tank ist. Es ist ja eigentlich selten, dass beides zu ist. Wir werden von links Bunker raus. Ich weiß ja nicht, wie sie gelaufen sind. Wenn sie Quick Waffe gekommen sind, könnten die jetzt halt hinten rum raus, dann... Ihr Steps links? Kann das sein? Ne. Die sind, die sind ganz links vorne. Die sind nämlich auf der Rampe da und eben rüber. Du müsstest sie eigentlich sogar vielleicht mal sehen können. War das nicht. Schau da hinten. Ja, da irgendwo müssen sie sein. Ich hab was gehört. Bist du überhaupt so zerschossen, Tito? Und den? Die springen da hinten rum auf dieser Rampe da und versuchen, das zu sehen. Ja. Die sind an der Halle, direkt an der Halle, glaub ich. Die sind an der Halle auf dieser Rampe. Oh. Die schießen die Fenster kaputt. Dann schießen die drüber. Die schießen die Fenster kaputt. Bei Tito. Bei Tito. Bei Tito schießen die die Fenster kaputt, damit die was sehen. Ja. Ich bin hier vorne, ne? Peter nicht, nicht... Ne, ich weiß, dass du da bist. Ich bin da, um dir zu helfen. Ja, okay. Ja, alles gut. Nicht, dass du mich erschreckst und mich machst. Ich weiß, dass du hier links unter mir sitzt. Oh, die springen? Die springen wieder? Ja, die versuchen, da rüber zu springen. Mein Laser ausgemacht. Ihr habt geschossen? Ja. Ja, die kommen wieder. Hier beim Loch. Bei dir, Thorsten. So weit sie hochkommen, bin ich da. Hat sich hingelegt beim Baum. Du schießt ja nicht alleine. Ich bin auch bei dir. Bin genau über dir. Muss pissen schon wieder. Was ist das? Was ich eins mal kann? Ich kann die komplett umlaufen. Von der Tanke oben. Ja, das kannst du machen. Das kannst du machen. Theoretisch. Ja. Wenn du das willst, kannst du das machen. Dann ganz oben von der Tanke her. Wird ein bisschen dauern, aber wir können ja hier weg sitzen. Du kannst ja kurz, theoretisch kannst du natürlich vom Berg runter aimen in die Seite rein. Das wäre ja richtig. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, mach das doch. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht in andere reinläufst, ne? Mach das mal. So gute Idee. Du musst aufpassen, dass die auch noch die gleiche Idee haben. Ich sitze oberhalb von dir, Thorsten. Ja. Sobald du da irgendwie Schritt hörst, sag Bescheid, ich komm rum und halt rein. Pass auf, wenn du da lang gehst, Tito. Nicht, dass die irgendwie versuchen, einen Winkel zu bekommen. Und wir nicht sehen. Wir haben noch eine Nähtzoll, die rüberwerfen. Von der Wand aus. Ich weiß nicht, wo sie hin. Ich hab sie jetzt schon. Musst du gar nicht. Nö. Ist gar nicht notwendig. Die können halt hinten über die Mülltonne rüberjumpen, ne? Das geht ja, wenn die das wissen. Da, da, die links da, Tito. Ja, ich weiß. Ich weiß. Da können die rüber. Also wenn du erstmal eine Tankstelle eingenommen hast, können sie eigentlich fast nicht mehr vorbei an uns. Oh, ich hab so richtig Sitzfleisch auf, wenn ich pissen muss wie ein Aal. Muss so dringend scheißen. Lass einfach laufen. Ich hab nur Durchfalli. Ja, lass laufen. Ne, bei mir ist alles verstopft. Du sollst das laufen lassen. Wenn ich mich hinsetze, hebe ich ab. Ja, okay. Ja, die sind aufgestanden? Aufgestanden hier, Tito? Ich höre sie, ich höre sie. Es stampft. Er rennt zurück. Das ist wieder... Der ist wieder in die Halle rein, Tito. Ja. In die Questhalle. Komm da nicht rüber. Die müssen hier lang. Das war ein Bait. Weiß ich nicht. So, ich versuche jetzt mal hier Posi zu nehmen. Oh, schalte ich mich wieder ein. Da kann ich mich mal kreuzweise haben. Achste dich doch mal. Speckenbär. Juckt so, der Hüdel. Der Schiordel. Der Schiordel. Der Schiordel. Schiordel. Ah, die sind, glaube ich, wieder in die Halle rein, Tito. Ja, was machst du da in dem Rad? Ja, ich... Riech hier... Ich überprüfe die auf Rost. Ich höre nichts. Ja, du... Was willst du denn hören? Auf Haarspliss. Wir hören, ob dir ein Fliege ins Auge fliegt oder was? Die leitet dann nichts von hier? Ja, du musst schon den Main gucken, da bei denen. Die Halle, der sitzt da bestimmt drin. Ach Gott. Ja, passt. Nimmst du da rein? Ja, er nimmt jetzt rein. Das kann theoretisch sein, dass da natürlich die große Runde laufen, ne? Also, die haben uns auch schon mal nicht mehr gehört. Ist es umgeschaltet? Mhm. For safety reasons. Er kommt schon. Das Problem ist, es kommen wir gleich, äh... Ja, Skev-Spieler sind schon auf der Karte. Die sind schon unterwegs. Ich höre sie wieder, glaube ich. Zwischen Halle und Bunker. Mhm. In dem grünen Streifen. Na, Tito guckt da. Kann der komplett durchgucken? Ja, nicht den ganzen Weg, nicht den ganzen. Er hat so ein bisschen das Tor, das Eingangstor von der Halle und die Seite so ein bisschen. Was meinst du, gehen die Bunker raus oder sowas? Hätte ich jetzt schon viel eher vermutet, ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich mein, die haben uns auch lange nicht gehört, die wissen gar nicht mehr, ob wir noch hier sind, ne? Bist du langsam auch raus, ne? 13. Ah. In 5 Minuten kannst du quer über die ganze Karte joggen. Hast du irgendwas gemacht, Peter? Ich hab kurz einmal, ähm, nach Essen geguckt, ja. Okay. Oh, ich muss Skev wegmachen hier, weil Skev mich anvisiert hat. Wir haben halt. Der läuft weg, gut. Die sind hier wieder? Sind hier wieder? Sind hier wieder, Tito. An der Wand, an der Wand. Oder in der Halle. Ne, ne, ne. Da, da, da. Ich seh's, ich seh's. Der rennt hier, baitet hier. Zwei Stück, zwei Stück sind das. Ja, sie kommen jetzt, sie sind durch. Erster ist durch. Erster ist down. Pass auf, ned kommt, ned kommt. Ich schmeiß jetzt ned rüber. Peter. Pass auf. Wo ist der? Peter hat ihn gleich. Ist tot, ist tot, Peter, ist tot. Ha, 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 ha. Ha. Wir sind beide tot. Ich check, dass die beide tot sind. Ich komm rein, ich komm zurück. Boah. Erster tot. Du hast den Druck gemacht, dann sind die bei uns reingepusht. Oh, ho, 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 ho. Ihr Arm, Pilser. Weißt du, die haben gedacht, die, äh, wir haben so einen... Ich bin das. Ich bin ja. Ne, nein, warte mal. Ja. Wir haben gedacht, wir werden so umlaufen oder sowas. Peter, hab ich den ersten gemacht? Den hier hast du gemacht. Den hier, den hast du gemacht? Ja, nein. Machen wir Cross-Loot hier. Go. Ja, war gut mit dem Umlaufen. Guter Call, Tito. Kannst ja doch was, strategisch jetzt gesehen. Bin ich immer wieder ganz überraschend. Wo ist der andere, der da unten gemacht ist? Es waren doch nur zwei. Ach so. Ja, ihr könnt für den Tiny hier so ein bisschen auf, Tito. Kannst auch nochmal ran gehen gleich. Wenn du so traurig bist. Ne, nix. Ich geb ihm nichts. Ballern gleich weg, du. Ist alles meins. Ich brauch ne Weste, ne andere Weste. Ja, ne. Gibt's bestimmt irgendwo, aber... Ach, die haben so viel Loot. Hier kommt was. In. In, in, in. Kommt. Ist weitergerannt. Rennt am Rohr lang in. Rennt zur Tanke. Keine Ahnung, was es war. Ich loote weiter. Tschüss. Ja. Okay. Immer dieses Unge-Joggle hier. Ja, das geht mir richtig auf den Piss, Mann. Iceman X haben die getötet. Das war ein Scaf-Spieler. Dahinten hab ich weggemacht. Ja, ne? Ja, die hatte Schiss. Ja. Alter, was habt ihr hier gemacht? Das Taschenloot Saption 9000 hier. Guter Mann. Was war teuer? Die Schrauben oder die Nuts? Was war teuer? Die Bolten. Die Bolten. Die Bolten. Okay. Die Bolten. Die Bolten. Usain Bolt, oder was? Usain fucking Bolt. So, da werden wir mal kurz meine Fingern reinstecken. Ja, hier bin ich noch dran. Also, da haust du jetzt mal eben ab, ne? Mr. Wichser. Kannst du den anderen erstmal machen, ne? Mr. Wichser. Wichser. Dann kannst du hier gleich die Reste looten. Da kenne ich nix. Ich bin ja sehr, ich bin ja sehr gnädig. Gibt's nicht, dass die da so lange warten. Was für Camper, ja? Oh, guck mal. Mein Bot hat endlich mal reagiert. Ja, hab ich dich, hab ich dich gefickt. Was für Camper also? Der Bot hat dich gefickt. Was für Camper. Ach schön, ey. Einfach hops genommen. Der hätte von einer Stunde andersrum rumlaufen können, aber die wollen sie ja nie. Haben wir was zum Trinken? Achso, ja, ne. Hab ich jetzt auch nicht. Hatten sie nicht dabei. Kannst du looten, hier. Den anderen auch noch. Wir müssen dann aber auch gleich los. Oh, ich bin fertig. Ja. Die Munition noch nachfüllen. Oh, so viel Loot habt ihr uns gebracht, Iceman. Nächstes Mal haben wir ein bisschen besseres Zeug an die Waffe. Ja, Iceman. Hätte ich gedacht, wenn ihr so lange schon lootet auf der Karte, würde sie uns wirklich gutes Zeug anbringen. Aber das ist ja Müll. Ja, kommen die mit dem Müll hier an, oder? Das ist ja Mülleimer-Loot. Mülleimer-Loot ist das. Bist ein Wichser, ehrlich. Hacker 416. Die sauf hätten sie aus dem Mark-Room. Hm. Das passt halt jetzt. Wir geben wir quick-puff durch. Ist fertig? Hallo, du darfst mich kurz warten. Hey, gierig Schwein jetzt. Auf geht's, du bist noch raus. Sind doch eh schon gerupft. Ich muss ja das Zeug für den Iceman nach Hause bringen. Hm. Wenn nicht, hat der Bot zugeschlagen. Schön, ey. Das musste irgendwann funktionieren. Du bist der erste Iceman. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mein Bot entjungfert, ey. In gewisser Art und Weise. In gewisser Art und Weise. Ist ja der Erste, ja. Kann man mal sehen, wie scheiße die Community ist. Hallo? Können wir kurz auf mich warten? Ja, was machst du denn da? Wir hoffen, wir hoffen zu sortieren, ey. Das ist doch nun wirklich Blödsinns-Looter. Wir haben nur mit nem Müll dabei gehabt, die Jungs. Komm ran jetzt. Da ist er. Guck mal, hier wieder ne Tonne schwer werden. Ich geh mit Quick-Buff und dann Panzer raus. Ja, ja. Hm, 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 hm. Mal ganz ehrlich, ne? Selbst wenn, ne? Das hier ist Tarkov. Ja. Ne, CS. Immer rumspringen. Ist nicht Quake? Ist immer dasselbe. Haben seine Ostfreund aufgesucht. Ja. Oh, da vorne lief noch was. Zwei Skepte auf der Straße. Bonds. Oh. Was ist das hier für ne Wumme, ey? Komm mir ja gar nicht klar. Und dann komm ich gar nicht klar bei solchen Wummen, ey. Straße runter auch noch zwei, ne? Ich spring mal Blue rein. Wohin? Hast du denn da Luftpumpe? Ja. Luftpumpengaming? Ja. Ja, was der Iceman hat so mitbringen? In Blue, Blue reingesprungen. Wisman, ey. Maverick. Ich war immer mehr der Maverick-Fanboy, muss ich leider sagen. Ja. Iceman war mir immer zu arrogant. Ja, ist auch so. Das kennen die jungen Leute gar nicht, ja. Doch, der hat sich danach benannt, weiß ich ganz genau. Meins er? Jeder, der Iceman heißt, meint den. Top Gun? Ja, denke ich. Also, würde mich wundern. Panzer raus, oder? Wieso ist rechts für irgendeinen Busch noch? Ich bin links. Boah, ich muss so dringend scheißen nach dieser Runde. Ey, das Warten, das lange Warten auf die Jungs hat mich, also, hat meinen Magen zerrissen, Junge. Du bist auch fast ein bisschen eingeschlafen. Boah, ich bin fast teilweise eingeschlafen in meinem Zelt. Das ist ein bisschen, wenn man lange liegt, dann kriegt man so Entzündungen im Krankenhaus. Ja. Als ich angefangen habe, mich da hinzusetzen, habe ich noch freil, oder was? Ja, wir gehen über Schwitzfurt, Tito. Über Schwitzfurt. Wenn wir am Rennen. Und ich muss schnell machen, denn ich muss... Ah, ah! Läuft schon, oder? Ne, ja, so ein bisschen halt zwischendurch, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Nö. Das ist nicht so schlimm. Nö, ist sie nicht so... Ja doch, hier ist er an der Straße, ich mach ihn nicht. An der Straße, unten. Du kannst ihn machen. Mach ihn. Ich geh raus. Ach, Tito. Ich muss schnell auf Part, ich muss schnell auf Part. Du machst das schon. Puh, okay. ... ... ... Vielen Dank. 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 Aber entspanntes Gaming, muss ich sagen. Ja, ein bisschen unentspannt war einfach, dass da nur Scheiße am Ende bei rumkam. Ach, warte mal, ich hab den Iceman mit der Granate getötet. Aber ganz früh, der war ganz früh, der war ganz früh, der war ganz am Anfang am Tor, den haben wir gar nicht gefunden, den haben wir gar nicht gelootet. Ach so. Das war ein bisschen leicht. Das war ein bisschen leicht, das war ein bisschen leicht. Das war ein bisschen leicht, wenn ihr noch da seid, also easy. Tito, du bist jetzt Pferdekörnlauf sammeln, oder was? Nee, nee, mach doch. Willst du noch weiter spielen, oder? Ja. Ich bin eigentlich nackt. Ja, ich bin eigentlich nackt. Ja, ich weiß nicht. Ja, vermute ich jetzt mal. Ein Lausebengel hier. Ich hatte halt die ganze Zeit jetzt auf Gegner gewartet. Doch Gegner, keine Opfer. Boah, jetzt wird's aber böse, ey. Aua. Ein bisschen Toxen muss man auch mal. Wenn diese Muschis immer reinkommen in den Chat, und immer dieses Camper-Scheiß, krieg ich so viel Durchfall. Durchfall. Das hab ich schon gehabt. Du kriegst Durchfalle. 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 Nee, nicht Durchfalle. Beherrsch dich. Durchfalle. Das ist schlimmer. Das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Das ist nicht mit ÖB. Tito, das ist viel schlimmer. Seid ihr kaputt? Nee, das hat auch nichts mit kaputt zu tun. Das ist Erwachsenheit. Kaputt seid ihr. Ich krieg immer mehr Geld. Pfff. Dann will ich nichts mit weg spielen. Nee. Ich werde immer reicher hier. Einmal richtige Gegner. Was frisst du denn da schon wieder, du Fettl-Fetti-Mekfetti? Du bist Fetti-Fetti-Bumm-Bumm. Wunderhütz. 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 So, ein paar Granaten noch und dann... Kommt der jetzt wieder rein oder was? Ja, ich hol mir erst noch ein paar Granaten. Ich will Grenadier, sieben Stück noch. Da muss ich mal gucken. Papo. Haas. Grenadier. Noch vier. Wie heißt denn die Quest? Grenadier von Papo. Du musst du zwölf PMCs mit Granaten töten. Das hab ich noch nicht. Du bist noch viel zu weit hinten, ja. Ich stehe viel zu weit hinterher. Söne? Ja, ich... Halt mal die Fresse. Auf geht's. Hast du schon mal ein ETF ohne Sparplan reingegeben? Ja. Okay. Jetzt halt mal einen ganz normalen Fünfer, oder was? Ja. Okay. Hab ich schon bei DAX und MDAX gemacht. Mhm. Da hast du es gemacht, oder was? Mhm. Oh, Corona. Hm. Ja. Deswegen bin ich auch am gucken. Oh, da... Alter, keine... Antreten. Was ist das denn? Move ass. Keine Streichhölzer im Dings. Also übel. Bin sofort soweit. Zwei Sekunden. Ja, mach ich gleich weiter. Eben alles abholen. Zack. Zack. Okay, okay. So. Ich komm. Vertrinken und Essen hatte ich eh voll. Gerade nicht viel verbraucht. Customs, 13 Uhr. Auf geht's. Tilo ist da. Bin auch da. Tilo, wie du wieder aussiehst, ne? Warum denn? Du hast doch gerade alles gelootet. Wo ist denn die Korunten? Wo ist die Korunten? Ich bin doch draufgegangen, oben in dem Dings, in dem Schuppen. Wo? Wo? Brady hört auf. Ach du Scheiße. Wer ist Brady? Der Football? Achso, Dings Football, ja. Hätte ich ja schon alt, oder? 44, ne? Hör mal, Thorsten. Hat's mir denn nicht für eine vernünftige Tarnhose gereicht? Die hab ich schon immer an. Die hol ich mir immer, jedes Mal. Ich bin vom... Ich komm aus dem Café. Ich komm aus dem Café. Ich hab den Pieper gehört und bin hier in die Lobby gekommen. Ich war noch gerade mit der Familie im Café und da hat der Pieper geklingelt. Da hab ich mir meine Jusek-Weste drüber gezogen und dann bin ich los. Switch Rivals Armband. U-Lag-Helm. Go. Armband, da sind wir dabei. Tarnhose, Tarn. Den können wir am Arsch tarnen. Für wen hältst du mich für hier? Ich kriege noch mit den Schwarz-Klimotten. Ja, kriegt man später. Ja, ich weiß. Will ich. Und so ein Hemd, so ein langes Holzfällerhemd kriegt er irgendwann. Das will ich. Nee, ich glaub ich, das kriegt nur die Dings, die Russen, glaub ich, kriegt er dann. Nee, 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 er auch. Ich komm aus dem Moral. Hab ich ja schon geguckt beim Rackman. Ja? Ja. Was für ein Level? Äh, 47. Mark, ne? Aber auf 41 oder so gibt's auch schon was Schickes. Also, mal sehen. Äh. Es ist so dumm. Ich weiß nicht, was es ist. Entschuldigung. Ja, es sind deine... Dein Dings. Hier unten ran. Was ist denn Schlepphoden? Was habt ihr denn gegen Schlepphoden jetzt? Das ist eine anerkannte Krankheit. Wanderhoden. Da kannst du... Operativ nichts machen. Kannst operativ nichts machen. Da schläfst du immer mit, oder wie? Ja, es ist... Die Beine wandern zurück. Was soll das? Ja, Entschuldigung. Das ist eine anerkannte Krankheit. Wollte ich jetzt nicht spoilern. Wann der Pokal, oder was? Ja, aber... Bei mir ist es so, wenn ich auf Klo sitze, dann fallen die immer dann unten ins Wasser. Oh Gott. Was ist denn mit euch? Du sollst auf die Grösseleite gehen, ich auf die Kindertoilette. Ja, das ist dann immer unangenehm, wenn man... Naja, ich lasse es. Ja, 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 ja. Mit der Glöcke schlagt, so ein Ding. Ja, so... Ihr kennt's nicht. Ihr kennt's, ihr kennt's. Ihr kennt's nicht. Jeder hat das schon mal. Jeder hat das schon mal. Ich kann nicht so zaufen, dass ich mir das hier wieder reinziehe. Was ist denn schön mit dir? Ja, ne. Trinkst du schon wieder dein alkoholfreies Alster, oder was? Erdinger habe ich hier noch stehen. Wow. Oh, komm, ey. Erdinger, was bist du denn? Scheiß Barzi, oder was? Erdinger ist doch Weizen, oder? Trinkst du auch wieder deine Faxe da, oder was? Erdinger ist Weizen, ja. Ach, der Eifelweizen. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Bayern-Fan bist, Peter. Bin ich nicht. Die hat bestimmt irgendwo abgeschnurrt, oder sowas. Ja, denke ich auch. So. Geht los, ihr Mädchen, go. Einmal anstrengend im Leben jetzt hier. Dorms, go. Ich hasse den. Doch. Dorm, Dorms. Einmal Markroom und wieder raus. Und dann gehen wir nach hinten hin zum Red. Dann gehen wir wieder. Wir gehen in Markroom, gehen raus und gehen zum Dings. Ja, komm jetzt mit. Dann kann ich so verritzen, wie ich bluten möchte. Go. Ich geh dann neben dem zweiten, pass auf, okay? Können wir Ice-Man die Fotze nochmal niedermähen. Hey. Was ist denn? Das ist strong language. Wer hier reinkommt und mich als Camper bezeichnet, hat es nicht anders verdient. Der wird nochmal gelöscht. Ich und Camper, ne? Ich bin der beste Spieler. Mach die Tür auf, Dauerfeuer. Ja, wir gehen hier gleich wieder zurück zum Red, Tito. Das ist gar nicht so lange bequem. TX-15, hier ist noch was, ne Handgun, raus hier. Nur Gülle hier, mein Gott. Tito, bist du hier oben? Nein. Egal, was ich hier oben zeige, wird an die Wand genagelt. Muss eben noch Munition nachlegen. Dann gehen wir Red zurück. Wir gehen Red zurück, Tito. Ich hab den Floor. Tito, wir gehen Red zurück. Dann ist Skefs ganz immer noch weg. Ja, okay. Okay, wir fertig, go. War hier wirklich nichts mehr? Oh, raus hier. Doch, da war da was. Ne, okay. Komm raus hier, lass mich vor. Er will nicht. Wir kommen raus, Tito. Danach gehen wir zur Grafikkarte. Grafikkartenraum jetzt hinten. Red, Big Red. The Big Red. Da kannst du schon was entgegenkommen, ne? Ja, da vorne. Vom Timing her, jetzt gleich da oben. Ja. Na, schon mal. Zwei Nades. Drei. Der hat jetzt hier so einen blauen Laserbräder. Ich. Ist noch eine alte. Ich spiel den eigentlich auch lieber. Den siehst du nämlich besser als das rote Ding. Äh, große rüber. Große rüber. Große Brücke rüber zu uns. In unsere Richtung. Hat mich gesehen. Safe Call. Hat mich gesehen. Auf, auf der. Hinter der, hinter der Bude sind gelaufen. Distanz. Links, links, links hinter der Bude. Köln, wo ist Bude? Bommes Bude, hinten links. Ja, hat er mich geschossen. Zerpitz. Friends, komm. Ich spreng die Bude. Ich geh wieder Hexenhügel. Ich geh Hexenhügel. Hinten schieben. Hinten schieben. Ich würd, ich würd, ich würd, ich würd Hügel gehen. Was würdest du gehen? Ja, nicht, nicht hinten reinschieben. Du, du bist rüber. Okay, wir tun noch jetzt. Wasser, ja, go, go. Na, was ab. Für den Hügel. Feuerhill. Der ist an der Brücke. Brücke, Brücke ist er. Einer oder wie viel sind denn da? Einer, eine, hab ich gesehen. Brücke. Da hinten weggelaufen, Richtung, äh, Richtung Tor. Ist er durch, durchs Tor? Nein, nein. Ich brauche den Arm wieder dran. Ja. Alles klar. Ich bin in der Hütte. In der Hütte? Ach, du bist in der Hütte. Nee, der ist ja in der Hütte. Ja. Dann ist er bestimmt durchs Loch und will unten unterlaufen. Unter der Brücke vielleicht durch. Oder geht halt Schwitz fort dann. Da kann er dann ja überall hin. Mitte zurück, Mitte hoch. Er kommt zu mir, zu mir, zu mir hinten. Oh, dann lang. Wo kommt er lang? Ich komm. Ich komm zurück. Mich macht das Kev durch die... Nein. Durch den Busch. Dann lassen wir Tito doch noch eben liegen. Ja, im Busch bist du safe. Das findet nie einer. Ich muss fast, dass ich runterrollen bin. Aber... Ich seh nicht, ne? Aber der sieht mich. Der Typ hat von mir zwei Hits gekriegt. Okay. Das dürfte er sein. Da hinten. Peter, ich würde sagen, wir gehen, wenn du wieder heile bist, unter der Brücke durch. Mitte hoch. Und machen die von hinten. Ja, komm. Go. Go. Dann gehen wir Tito noch pflücken. Auf ihn im Arsch. Auf geht's. Level 4er bestätigt. Scheiß, Kaffee, echt. Ich sehe gar nichts. Gar nicht. Unter... Mitte, Mitte! Er hat Hits. Ganz viele. Viele Hits. Ich kann runter. Ich kann runter. Ich kann runter. Druck. Ja, ich renne zum Feuer. Zum Feuer renne ich. Kommt raus. Ich bin tot. Okay. Warte, kam da was von hinten. Habe ich nicht gesehen, was von hinten kam. PSD, GZ, MP-Spieler von hinten. Ist doch nicht dumm. Rhein. Einer tot. Einer tot. So ist er schon. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Mhm. Jetzt kämpf es in ihn rein. Einer tot. Das war, glaub ich, ein anderer von oben. Das ist der, der dich gemacht hat, schätz ich. Wobei, der war schon auf meiner Seite, ne? Der mich gemacht hat. War noch einer von Dorms von hinten gerade gekommen? Ist möglich. Hm, hm. Oder mal los. Gut. Okay. Hier bist du unterm Baum, oder was? Ja, das bin ich. Vielleicht kannst du dir ein Vieh irgendwo hinschmeißen, irgendwann, wenn du es seit hast. Mach ich gleich. Einen hab ich noch vor mir. Warte, mach mal einen. Alles gut. Wir wirft Grants. Jetzt reicht's mir. Kleine Muschis. Ja, sein Freund sinkt eh schon wieder. Deswegen musst du in Bewegung bleiben. Da liegt was. Ne. Welchen Muni spielst du mal? ACP? ACP, ja. Welche davon? Die 45... Hier unten... Ah, da unten sitzt er im Busch. Ach Gott, ey. Shit. Die Match oder die Laser Match? Ne. Die Match. Die normale... Die kannst du bei einem Peacekeeper kaufen für einen Dollar. Die Match spiel ich. Schade. Ich hab ihn noch kurz gehört. Zwei Spieler gemacht. Hm. Oh, der hatte... Oh, der hatte... Okay, der hatte... 7, 6, 2, 9, 3... PS. Also, das ist schon wieder ein Tilter für mich. Ist ja klar. Hm. Ja, ich brauch einen Moment eben noch. Egal. Zwei seiner, äh... Freunde weggemacht. Ah, sitzt er da. Ah, gut gemacht. Schade. Ich hab ihn noch kurz gehört. Ah, ist schon dead. Hm. Hat er gut gemacht. Wichser. Ist trotzdem Wichser, ja. Du bist ein Wichser. Ist einfach nur ein Wichser für mich. Na. Mehr ist er nicht, mehr ist er nicht. Ist einfach ein Wichser. Hm. Äh, ja. Gucken wir mal das Papa so. Hm. Dann gibts jetzt ne Vektor wieder. Oh, bad I'm smooth moving. Krieg ich auch Zeit jetzt. Was ist denn los schon wieder bei dir? Also, ne. Ich hab gar keine Probleme. Nikita, fix die Scheiße, ey. Fix die Scheiße, ey. Nicht Nikita. Fick die Scheiße, ey. Fick die Scheiße, ey. Was ist denn los schon wieder bei dir? Fix das Game, Junge. Ähm. Krieg ich da noch ein bisschen repariert, krieg ich. Ist gut. Kaufen wir mal im Regman ne Dings. Ah, bin ich so ein blödes Käfter, echt. Ja, das ist sad. Aber der sieht dich durch den Busch. Ich seh den nicht rein. Ja, aber was. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und dann gibt dir da einfach zwei Schuss. Die vier Westen. Rucksack hier, Papa. Ja. Ähm. Ja. Granaten noch und ich bin auch fertig. Ja klar. Oh, Granaten hab ich vergessen. Ich hab noch ein paar Chips. Fetti. Fetti, Fetti. Boom, boom. Fetti. Granaten. Ich bin mit Granaten. Ach, jetzt bin ich auch nicht. Ich bin immer auch ein Lotzi manchmal. Okay. Oh, bin soweit ready. Boop, 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 boop. Also Thorsten kann's auch nicht ernst nehmen, ne? Ich könnte auch sagen, ich hol mein Apfel. Er würde sagen, Fetti. Wixer. Ach, weil du den ganzen Tag fräst. Lass mal nicht doch damit. Ist doch scheißegal was. Wenn du den ganzen Tag fräst. Bist du ein Fettlord. Bist du ein Fettlord. Bist du ein Fettlord. Fettlord. Bist du drei Stück waren das dann, ne? Drei. Insgesamt. Vier. Ne. Einen hab ich sofort erschossen. Einen hat Peter erschossen, oder? Bist du einen erschossen? Ähm, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Drei oder vier, ja. Dann. Einfach einmal Rechtsklick drücken können. Aber ich wollte mit Laser ihn einfach easy wieder machen. Aber ging nicht. Du wolltest ihn easy mit Lasern no-scope machen. Ja, ja. Du wolltest ihn wieder cool mit no-scope machen. Ja, ja. Ich dachte, ich hätte keine Zeit. Ja, normalerweise krieg ich immer nach einer Millisekunde den Kopf. Wie ihr ausseht. Ah, ist peinlich. Echt. Oh Gott. Für ne Gurkentruppe. 9000, ey. Wie sieht der aus mit seinem Luftgewehr da? Geh, braucht er viel Kills. Ach, Luftgewehr. Ihr regt mich auf. Allesamt. Ihr seid... Assis. Oh Gott. Schrecke ich mich manchmal selber. Einfach mal in der Wortwahl. Hm. Warum bin ich jetzt etwas länger nicht da? Ja, was Neues. Geht's mir in den Wald, oder? Ruhe. Der Beste. Ich bin einfach ein richtig guter Spieler. Ja. Hast du nütter wieder? Der Vektor? Mhm. 200 Schuss. In 9mm, oder? Mhm. Und wie viel die ist, wenn du Dauer vorab machst mit dem Ding, geht die hart hoch. Ist egal. Ich bin guter Spieler. Ich kann das recht schnell gegen... Ah, drücken. Ja, aber danke für deine Tipps, die ich schon seit Jahren kenne. Ich hab überhaupt keinen Tipp gesagt. Du hast gesagt, die zieht er hoch. Das ist ein Tipp, dass ich dann gegendrücken soll. Ja, hä? Ne. Was ist das denn dann? Ah. Was? Halt die Fresse! Was? Wixer. Euro Lottes jetzt auch zweimal. Geiler Trick. Sorry, das muss das sein. Oh, bei mir packt es wieder Sonne Bugs. Habe ich jetzt auch schon wieder länger nicht mehr. Nö, nö. Ich auch nicht, aber jetzt, ich weiß nicht. Jetzt wird es so viel wieder spielen oder sowas. Geht los. Geht los. Was du denn für ein Wichser? Ich glaube, dein Titel ist voll die Clickbait. Ich glaube, Leute kriegen was. So, wir müssen sich halt für anstrengen hier bei mir. Also wer das falsch versteht, ist ein Jochen. Ja, würde ich sagen. Macht halt einen anderen Titel. Nein, ich habe da irgendwas reingeschrieben. Sniper-Skev oben. Gibt es nicht. T2, hier ist eine Batterie. Da brauche ich nicht. Viel zu schwer. Und zusammen löten. Brauche ich nicht. Nimmst du trotzdem mit. Nimmst du doch mit. Warum nicht? Nein, warum? Ja, das ist schwer, aber Entschuldigung. Die sind sechs Slots und den kostet 40.000. Wohnt sich, äh, also, ne? Pole per Slot, das ist irgendwie Kacke. So, besser auch noch. So. Kommt, ich habe noch einen. Ja. Wir haben eine Vaseline. Hört ihr was? Rechts? Gegner? Safe Call? Renn nach hinten. Hat uns gehört. Wohin nach hinten? Da hin. Hat er uns aber nicht gehört. Da bin der Dampfer dann. Ist er drinnen oder dahinter? Wir gehen rein, wir gehen rein. Wollen wir safe reingehen? Ja, ich gehe rein. Ich versuche auf diese Metallbleche hochzugehen, damit die oben ein bisschen Sicht hat von oben. Willst du durchpushen? Skev, Skev, Skev. Ist doch nicht der Haupteingang. Ja. Aha. Jetzt wissen wir, wo er sitzt. Bei den Rohren. Ja. Oh, oh. Wollen wir das lieber drinnen spielen hier? Du hast den Verstands nicht mal ein bisschen. Ja, ich gehe jetzt nach oben. Geh auch nach oben. Wollen wir mit rein gehen? Deine Entscheidung. Deine Entscheidung, was du machst. Ja, die schießen hinten bei der Dieselhalle rum. Okay, ich komme ohne rein. Leise, mach leise, mach leise. Leise, bitte. Ja. Du mach leise. Ja, okay. Die kommen hier noch. Oder die springen. Hm. Mach die Tür oben zu. Ja, die schießen hinten noch rum. Ich würde die gerne pushen, echt. Echt Schiss, dass die springen oder wir das wieder nicht sehen. Ich bin vorne in der Kabeltrommel. Ich würde hingehen, ehrlich. Guck mal, ob ich hier was sehen kann. Ich komme im Treppenhaus wieder runter. Ja, die schießen immer noch hinten. Wenn jemand springt hier laut. Ich bin laut gesprungen. Boah, das hörst du bei Te... Ich bin hinten im Treppenhaus. Bei der Dieselhalle. Die wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich muss auch mal springen hier auf dem Lkw. Guck du mal, Tito, dass die nicht springen hinten. Dass du das siehst von der M4 Halle. Ach so. Wenn du willst. Weil du hast das Scope. Wir haben halt nix. Wir dürfen nicht freispringen können. Wir dürfen nicht freispringen lassen da. Ich höre sogar, wie ihr die Waffen anlegt und so. Und so wurde ich hier hinten... Hier hinten im Treppenhaus. Ja, die schießen immer noch hinten bei der Dieselhalle. Ja. Ja, auf jeden Fall sind die eingetroffen. Ja, Querschläger. Ich habe schon ums Geff geschossen und... Tito, wo bist du? Unter euch. Auf dem Lkw. Ja. Also... Was siehst du denn? Ich schaue auf dem Eingang Richtung Zauben auf der anderen Seite. Auf deinen Haupteingang, Peter. Nicht auf deinen großen Toren, sondern diese kleine Tür. Ja, Peter hat es aber Haupteingang genannt. Ach so. Ja, das ist der einzige Eingang zur Hauptstraße. Ich pushe die gleich. Ich habe gar keinen Bock hier. Wenn sie springen, würde ich es hinten sehen. Ja, aber es ist auch schon wieder zu spät hier für uns. Einfach mal nicht mehr moving, nicht mehr springen kurz. Pass auf, ich gehe mal eben nach oben wieder und gucke, dass sie nicht hier weggehen. Hm. Jetzt wird es kurz noch mal laut bei mir dann. Ja, ich kriege es einigermaßen leise hin. Obwohl ich sehe es einigermaßen. Frage, ob sie nicht schon weg sind, ne? Ne, sie schießen noch hinten. Ich habe gerade noch wieder einen Schuss gehört. Ja, die schießen hinten. Okay, ich höre sie. Die sind immer noch da in der Ecke. Das kann hier nicht. Ja, weil die, weil die uns gehört haben. Die wissen, dass das... Ja, aber das... Aber wie viele Leute sind da überhaupt? Hä? Das sind zwei Teams, die sich da bekämpfen in der Ecke. Hier. So, ich habe den Sprung hinten. Die ballern sich doch mit einem anderen Team. Hm. Die ballern sich doch mit einem anderen Team. Das ist irgendwie eine billige M4 ohne Schallye. Was da schießt. Ich sehe von... Also... Ja, nee, also bei der Kuh nicht. Ich meine, sehe ich nicht. Dann ist das ja easy. Okay. Wir hören mal die ganze Zeit hin mit dem Scheißschalter. Ja, wir sitzen eigentlich ganz gut. Wenn man nicht alles... Ja... So wie die... Die können halt nicht weg. Die könnten Richtung Dorms hier. Habe ich ein recht kurzes Zeitfenster leider nur zu reagieren. Aber wir wissen das dann immer anders hineingehen. Ja, ja. 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 Das kann ich vergessen. 25 schon. Ja, aber die müssen ja irgendwann mal weiter. Sind ja hier gespawnt. Irgendwann müssen die mal weiter. Die looten sich da. Die looten sich da hoch. Und dann laufen die gleich los. Ja, wir sind halt viel zu spät, wenn die springen. Das ist nicht gut. Soll ich wieder rausgehen? Ja. Wohin? Da, wo ich gelegen bin. Auf diesen... Was ist das? Über diese Tanks. Kannste machen. Ja, mach. Dann gucke ich Richtung Checkpoint oder sowas. Aber dann werde ich beschossen. Ja, du müsstest nach hinten gucken. Der Checkpoint sieht Thorsten. Ich sehe Checkpoint, ja. Naja, beim Zug, wenn sie da springen. Weil da haben wir keine Chance mal einzugreifen. Es geht schlecht, weil da kriege ich es aufs Maul von hinten an. Weil ich sehe niemand. Das Problem. Der Checkpoint bringt nichts. Das sieht Thorsten vorher. Da kannst du immer noch schieben. Kann nicht sein, dass sie jetzt nicht wegmoven. Was ist denn das schon wieder für Leute da? Guck Bock, die abzufacken da hinten. Na ja, Lagerfeuer? Was machen die da? Ja, ich... Komm, ich... Ich geh jetzt. Überzug? Die kommen gleich, die kommen gleich. Mach ruhig, die sind da, ja. Ja, aber die haben sich alle getötet, also. Wir können halt nicht reagieren, so wie wir jetzt sitzen. Das ist komplett dumm. Wenn da jetzt ein 3er-Team bei dir springt, dann kriegen wir gar keinen und... Dann pushen wir hinterher, ist auch kein Thema. Ja, ja. Hinterher pushen, ne? Na, schon gut geklappt, ey. Jetzt machen wir mal wieder vor uns, das ist auch in Ordnung. Warten wir bis 20, wenn sie nichts tut, dann machen wir Randale. Ja, ist so. Ja, wenn sie bis 20 nicht kommen, gehen wir pushen wir rein. Ist ja komplett lame hier. Ich frag mich immer, solange looten wir auch nie. Ne, die warten sich die ganze Zeit ab. Vielleicht ein bisschen in der Minute durch. Ne, die wollen nicht raus, weil sie... Da draußen kämmt wahrscheinlich auf die. Tach. Was sollen sie jetzt machen? Bis Minute 5 da warten, oder was? Wie wolltest du denn spielen jetzt gleich? Die müssen da ja irgendwie weg. Beim Grafikkartenauto... Beim Grafikkartenauto... Hinten am Grafikkartenauto dran. Wie viele? Zwei Stück. Gut, ich komm. Ja, ich push. Ich push hinter der Halle lang. Mach Druck. Hast du? Ich geh M4. Ich geh hinten M4 rein. Mach hinten M4. Falls sie M4 reingehen, hab ich sie. Ich bin M4. Ich bin M4. Seid doch mal eben ruhig, bitte. Nur mal sachliche sagen. Ich guck gerade. Ja, den einen hab ich. Ah, der andere hat mich. Der andere hat mich. Der andere hat mich. Wer smoked denn da? Ist er hinterm Auto. Der eine hat mich, ja. Nein, links davon schon. Der wollte ja in die M4. Den anderen hab ich. Der andere... Ihr müsst Druck machen jetzt. Der ist super verprügelt. Der ist super verprügelt. Der ist... Der hat nichts mehr. Der liegt da auf dem Boden. Müsste sich arzeln. Oder ist in die M4 reingerannt. Habt du den gesehen? Was? In dem Rauchwart, ich hab... Was? Nicht kommt. Da irgendwo muss er liegen. Der lag da auf dem Boden. Hat übel bekommen. Also... Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Bleib ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Der spielt zusammen einfach. Spiel doch einfach zusammen. Der ist übel im Arsch. Ah, wo kommt der Chef? Kev? Schossen. Hast du ihn? Nein! Sag mal... Ja, Peter Hardin. Gut. Ich lieg im Eingang der M4 Halle. Könnt ihr mich rupfen, bitte? Könnt ihr mich bitte rupfen? Ja. Titus ist alles weg. Titus ist alles tot. Ohne was gesehen gehabt. Wer hat denn die Smoke geworfen? Jemand von euch? Nee, das war, glaub ich, die. Die war ja komplett troll. Rupf mich mal bitte gleich erstmal, bitte. Ah. Ah. Holy shit, Mann. Der zweite war auch schon so zerrupft. Bein ist ab. Mein Bein wäre dran. Ah. Wie gesagt, ich lieg safe zum Looten in der M4 Halle. Könnt ihr in Ruhe machen. Holy shit, der war genau wieder richtig von mir, ne? Aber der zweite will nicht sterben. Schön von hinten da ran gepusht. Du bist aber auch ein Jochen, ne? Warum? Du machst deine Quest. Das ist aber das erste, was wir machen sollen, ist deine Leiche looten. Aufgrund. Das erste, was wir immer machen sollen, ist deine Leiche looten, ey. Sowas Arrogantes, ey. Den hab ich weggeknallt. Und ich liege links innen. Da liege ich. Alter. Bin ich ein guter Spieler. Übel. Ich hab nen großen Rucksack dabei, kannst eigentlich alles. Danke dir. Nimm das Ding mit. Junge. Die haben so bekommen von hinten, Alter. Nicht ein guter Sex. Jetzt weiß ich so, warum die so lange gebraucht haben. Naja. Richtige Looters, ey. Hab mir schon gedacht. Boah, ich hab die richtig hinten in die reingepusht und dann sind die noch in mich reingelaufen. Oh Gott, bin ich gut. Ja, die Max würde mich auch freuen, wenn ich die wieder kriege. Den kannst du ja noch unten reindrehen, den. Weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, perfekt. So ist doch super. Nice. Ja, geil. Danke. Waffe noch dahin. Nice. Entspannt. Vielen Dank. Ja, sieht keiner. Alles gut. Ob nicht mal jemand ran, ne? Krass. Boah, ey. Wo ist der gestorben? Der Typ? Da vorne der, den du da siehst. Und den anderen hat, äh, hast du ja selber gemacht. Der hat's so bekommen. Sind schön in mich reingepusht. Da bitte, nimm du den anderen. Die Honda. Ach, komm. Das sind Honda. Nimm ich gerade seine Weste hier. Mhm. Mhm. Gott, haben wir die gut gemacht. Also wirklich. Muschis. Bisschen ärgerlich. Ich hab den von oben ja gesehen, aber mit der MP hab ich den nicht gekriegt. Warte mal kurz meine Sachen weg hier. Oh, scheiße. Das sieht man. Was hat denn für ein Ding hier? Boah, hab doch in 10.000 Schuss drin, ey. 100 Schuss M4A1 sei. Mhm. Was ist das für ein Ding? Ja, ja. Komm. Brauche ich nix zu sagen, oder? Seid mal ehrlich. 100 Schuss Magazin. Weißt du, wer das gleich kriegt? Mhm. Pädelort Prapo, oder? Kann passieren, Mann. Kann passieren, Mann. Ja. Ja, nehmt. Mach den Helikopter. Nimm deren Zeug einfach. Oh, ich kann auch. Nimm komplett deren Zeug, ey. Von diesen Wichsern. Diese Wichser. Nimm den Wichsern alles. Geht's noch? Zack. Geht's? Ja. Komm, dann lass mal... Pushen wir mal raus und dann... Da geht's. Mhm. Äh. Äh. Ähöhöh. Ähöhöh. Gunpowderhawk. Igel. Gneit. Welches brauche ich denn nochmal? Liqui. Da kam aber auch ne Kuh. Ach, das war perfekt gespielt, aber... Der zweite stirbt halt nicht. Komm, wir gehen einfach raus. Komm, wir gehen einfach raus. Komm, wir gehen wieder rein. Mhm. Okay. 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 Kite. Zwei Mal. Machen wir so. Aus. Na kurz. Peter, warte mal kurz, ey. Was brauchst du denn? Peter. Brauchst du hier mal zu stoppen? Nachladen. Ich warte mal kurz, ey. Du bist am Blut. Du bist nicht am Nachladen. Ach, ich mach gleich weg ohne Wiss. Ich glaub ich bin doof, oder was? Ich mach gleich weg. Ach Gott, ey. Ihr seid beides solche Wichser, ey. Ich weiß nicht, warum... Warum seid ihr so? Also es ist teilweise so nervig. Peter sind Wichser. Ja, ihr seid beides Wichser, also, ne? Ja, Peter, ja. Du bist halt immer da hinten irgendwann rumjochen, ne? Mhm. Gott, ey. Ich hab's wieder so schnell geschaltet, ey. Das kann... Ich bin so ein Mastermind. Ist da schon was links in der Tanke drin? Das war schon wieder... Kannst du nicht lernen, ey. Ist so übel teilweise. Ja, ist nicht schlimm, ey. Ja, schieß auf mich. Ja, ist... Bödel dich doch nicht mit dem. Bödel dich doch einfach nicht mit dem. Ich bin auch weggeleitet. Komm. Komm. Lach vor, Peter. Lach vor. Lach vor. Geh raus, geh raus. Mach nach vor. Peter, warte doch mal... öfter noch. Warte doch mal bitte auf ihn. Mach gleich weg, ja. Du musst immer auf Tito warten. Peter, der will doch die Quest haben. Ja, ich hab auch fünf Quests, die ich jetzt nicht mache, damit du wieder mitspielen kannst. Oh Mann. So viel Stress immer. Ich bin ein Verfechter von Frieden. Das Sordin ist einfach richtig gut, finde ich. Ist so. Das ist echt ein gutes Headset, ne? Kopfhörer. Oder Kopfhörer. Das ist insane, die Dinger. Hab ich jetzt gemacht, ja. So viel falsch, oder? Passt. Tja, was spür ich denn jetzt mal wieder? Ich spür jetzt mal gleich dieser Schwitz-M4 von dem Typen hier. Schwitz-M4. Ach komm, ich baue mir nochmal eine UMP. Was sind das nochmal? Was sind das nochmal? SMGs, ne? Hacker UMP. Schwitz. Kuss nix. Ich offen? Müsste. Immer offen. Kuss nix. Okay, raus. Kuss nix. 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 Ja, ein vierjähriges Ding. Ja, dann spielen wir das mal. Was für ein Teil ist. So jetzt hier los. ja jetzt ja alles gekauft ja jetzt ja jetzt Ja. Das war echt gut, eigentlich die Runde gerade. Oh, hat sich eigentlich wohl gelohnt. Gut, ich bin ja stark klar. Ja, ich brauche nur noch Granaten. Ja, ich schaue. Oh, du schwitzige M4, ist das denn? Ähm, ja. Ja, wenn wir noch mal rein. Gut. War da kein Schaldinger drauf gemacht? Ich hasse schon ungedämpfte Sachen. Gut, bin fertig. Habe ich alles? Jo, bin fertig. Äh, 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 äh. Äh, 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 ä Ja. Ich muss auf den Flee setzen. Kommen wir? Ich bin hier in der Lobby, also. Kurz auf den Fleeckerkopf. Ich bin hier in der Fleeckerkopf. Ich bin hier in der Fleeckerkopf. Ach man, mal ganz kurz. Moment, Moment. Sommer! Möchte einfach ein bisschen Platz, oh mein Gott. Ich weiß, ich muss Platz machen. Ja, denn weniger Pferde küssen, sondern ... Was heißt Pferde küssen? Ja, was heißt das? Die stehen auf mich, die Pferde soll ich machen. So, gut. Worüber reden wir hier? Ja. Sag, sag, Kast selbst. Versichern, versichern, versichern. Das tut mir leid. Nö, tut's gut. Komm, eine machen wir noch. Ja, komm. Eine machen wir noch um 10 Uhr am Samstag, ne? Ja, das dauert mir hier alles zu lange. Schlafe ich in der Zwischenzeit ja ein, wenn der Tito da seine PS-Munition sortiert. Boah. Ja. Die sind doch beim Griechen sitzen und dann hier wieder nicht aus dem Arsch kommen, ey. Peter, was hast du denn da für ein Gewehr? Der hat der Typ gerade gehabt. Warum nicht das 100-Schuss-Magazin drin gelassen? Nö. 100 Schuss? Ja. Das glüht, Junge. Ja. Also, die sind so large und ausgebaut? Nee, müssen wir Peacekeeper auf 4 haben. Ja. Sonst würde ich schon angehen. Aber momentan damit bringt das nix, weil das ist verbuggt. Der verbraucht mehr wie gehabt. Irgendwas ist da verbuggt, hätten sie was gesagt. Kuscht da für 20.000, glaub ich, Euro waren's, glaub ich, ja, mit Deutsch. Ja. Glaub ich. Ist egal. Ja, das früh machst du im Raid, rentiert sich das. Äh, im Vibe, mein ich. Du, ist sie funny. Du, ist sie funny. Du, ist sie funny. Don't care about anyone, that's for me. Aha. Es ist mal wieder soweit. Aha, sag ich nur dazu. Links reingehen, oder? Ja, ja. Das fehlt als Lieblings-Spawn. Scheiße, ich hab Mucker noch an. Nicht schlimm. Könnte ja vielleicht hilfreich sein. Ich hör' was da drin. Die sind über uns schon. Der von der Spiele. Der. Das Gap draußen schreit. Okay, da kommt. War's ne P-Dings für dich. Kannst du dir mal gönnen. Und raus. Wir kommen wieder runter. Zurück, ne? Ja, ja. Wir gehen dann. Wir gehen dann wieder red. Oh. Noch mal ein Skeff. Wir werden ganz kurz bei Tito hinsetzen. Würde ich. Muss man eben ganz fix meinen Hund rauslassen. Ist das okay? Setz mich mal eben bei Tito eben rein. Ich pisst mir hier sonst auf die Schuhe. Ja, ich sitz mich hier hinten hin. Achtung, ein Skeff hat hier gesprochen. Ich bin in zwei Minuten wieder da. Sorry. Ich muss nicht festfettig ist hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, das ist zwar nur Buggy in der Anzeige. Und operational. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was war der letzte Schuss? Der Sniper oben. Irgendwo. Das ist ganz schön stürmisch draußen. Nein, ich bin da. Ich habe hinten im Elke was weggemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Schäfer ist. Ja, lass einfach weiter. Komm. Wollen wir Red gucken, oder was? Wollt ihr noch gucken, oder wollt ihr keinen Bock? Na, let's go, komm. Nee, mir keinen Bock mehr. Ist kein Bock mehr, oder was? Nee. Über Pferdeküßung, oder was? Ja, ja. Bööö. Alter. Das ist süß. Ja. Ja. Lasagne. Huch. Oh, oi. Ich bin da am Hang. Ich hab' mit dem Auto rüber. Nee, wenn die mich anstupst hier, dann ist das allerhöchste Eisenbahn. Wo ist das? Die waren schon Red. Ja, ja, die kommen gerade. Das ist das, das da hin, wo es geballert ist. Die sind beim Spitzwort oben. Gut. Brücke unten durch? Ja, ja, genau. Brücke unten. Genau, wo bist du? Brücke vor Brücke. Oh, mir. Ich seh' dich. Komm, schnell. Wenn wir schnell sind, passt das. So, ich muss aufpassen, wenn wir uns nicht hören. Ich geh' auf die Brücke oben drauf, okay? Wie du willst. Go. Ich seh' sie. Ich hab' sie. Sie sind auf unserer Position. So, ist denn da, wo du am Busch sitzt? Ja, ich seh's. Wir gehen jetzt mal ein paar Grants hin. Näh, jetzt da oben in den Busch. Näh, jetzt oben in den Busch. Geht los. Vom Bademond. So. Los geht's. Ich mach' Druck. Wo gehst du hoch? Da gehst du hoch. Ja, hier beim Tor, ja. Go, ich geh' hoch, Peter. Ich geh' beim Panzer hoch. Ich bin bei deiner Tanne hier, bei der Tanne. Beim Tor bin ich. Ich, 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 ich. Ich bin beim Panzer hinten. Hier liegt ein Toter. Na, warte noch, warte noch, das könnte der Skeff sein. Ich bin beim Panzer hinten. Ich geh' hinten rum. Ja. Schust du? Ich bin hier vorne, vorne, vorne. Ich schließe auf von hinten, komm jetzt überhangen. Ja. Irgendwann nix. Da ist noch ein Skeff bei dir, Tito. Ja, ja, das ist ein Schrein. Ich bin zwischen den Garagen, Peter. Nicht auf mich schießen. Hm. Hier ist... ...Porter Skeff. Wir sind rein im Green. Vielleicht noch bei der Leiche. Bist du bei der Leiche gewesen? Bei der Leiche gewesen? Bei der Leiche. Ah ja, bei der Leiche ist nix. Ich geh' nach vorne. Hm, jetzt sind die nach hinten zum Haus gegast. Ich bin das. Ich, ich, ich. Kann gut sein, dass die Haus geflüchtet sind. Ich komm auch, ich komm, ich komm. Hm, ich hör dich. Wir gehen in den Haus. Wir gehen in den Haus. Schauen wir noch mal in was rein. Jo. Ich kann da hinten nochmal eben gucken, ob da was gestorben ist im Busch. Kleinen Moment. Nee. Okay, Haus. Go. Bisschen weird, dass er nicht gestorben ist. Guckst du da? Ja, ich komm jetzt. Go. Wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. Okay, ich geh links wieder von euch. Container. 5, 4, 3, 2, 1, go. Haus zu. Das heißt nix. Hast du noch was? Nee, gar nichts mehr. Hier ist mal Garage. Nix drin, okay. Dann geht's von hier aus weiter. Hast du noch was? Hm. Da ran, da komm. Ich konnte ja nicht oben drehen. Hm. Hast du eine Granate noch oder was? Nee, gar nichts. Hinten rein. Gelootet. Rechts! Rechte Decke! Wieder Haddin. Noch mehr. Noch mehr im Haus. Da hab ich, ich hab doch da gecheckt. Das ist. Schade. Soll die reingehen? Einfach so, Julio. Nein. Spiel, wenn du. Wo war das, was da kommt? Wie du willst. Da ist noch einer drin gewesen. Ich hab mir so, ach. Das ist das Problem. Du kannst da nicht reingehen ohne Nails. Das bringt einfach nichts. Doch. Wo waren die ganz oben? Nee, wenn die, wenn die die Eingänge decken, kommst du da nicht rein. Ich hätte einfach besser, pscht mal. Waren die oben oder unten? Oben, ja. Unten. Wir sind nach unten rein. Ich würde einfach gucken müssen. Ich hab nicht geguckt. Dann hätte ich der zweite gemacht. Ja, aber dann hättest du den anderen gemacht. Wäre schlauer, wenn wir eine Nate reinsehen. Dann hätten wir vielleicht beide überlebt. Kannst halt nicht immer alles immer so planen. Einfach mal rein da. Ja, es hat besser gewesen. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich bin aber auch schon, wenn wir dir granaten wollten, wurde ich auch schon gesprengt. Ja, das ist auch schon passiert. Ja, das ist auch schon passiert. Wie schaffst du dich jetzt umgedreht? Wie schaffst du dich jetzt umgedreht? Ja, es ist halt auch noch besser. Ja, es ist halt auch noch besser, Main zu gehen. Ich glaub, zwei Eingänge wäre besser gewesen. Nicht beide denselben. Einer vorne, einer hinten. Dann müssen sie sich schon aufteilen. Ja, das ist auch noch besser. Nee, nee. Besser vorne und hinten. Aha, Malfunction. Du hast Malfunction. Das bringt nichts. Steuerung T. Wo komm ich ganz jetzt gestern von mir her? Ja, du bist laut. Was schießt du da? Painballs? Was schießt du da? Checken müssen. Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Was schießt du da? Die sind jetzt und nicht mehr. Also, dass ich jetzt auch oder so lassice uns jemanden aus dem요. Schießt du das? Oder war sie so? Ich kann vor zu können nicht mehrmals. Ich bin jetztbar von mir, was schießt du da. Ich kann mir jetzt sein. Da ist ja auch noch nicht mehr. Du bist machbar. Du bist. Unter mirier. Du bist du bist. Du bist. Du bist. Du bist sehr. Ist weg, oder was? Warst du schon wieder von dir? Warum? Warum das denn jetzt? Hast du keinen Bock mehr, oder was? Gehst du Pferde streicheln? Da vorne gibt's auch da Tränen. Guck mal, da drin gibt's auch... Ja, das ist bei uns. Das ist doch bei uns im Haus. Lol. Ja, eins würde ich noch machen und dann wäre gut für mich, oder? Würde ich noch eben ein bisschen schön. Man kennt ihn. Peter auch noch einen machen will, oder willst du nicht mehr, Peter, oder was? Ja, doch. Einen noch und dann ist gut. Morgen dann mal Quests. Guck mal, was ich jetzt mache. Weiß ich nicht. Ja. Ich geh oben am... Ich geh jetzt alles voll rein jetzt. Ja, mach mal. Also wir li... Peter und ich liegen fast beide direkt gerade im Eingang. Ich halte jetzt voll drauf. Die sortieren uns bestimmt noch. Wir liegen unten rechts am Eingang. Ich mach jetzt Vandale. So, kannst einlanden. Dann mute dich die Tote. Ja, wollte nicht schauen, wie kurz Randale machen. Ja, ich guck mir das an, aber ich... ...könne das schon mal cue'n. Also das... Wo ist jetzt? Wir haben die Tür noch nicht mal zugemacht, diese Abgehobenen, oder was? Doch, da sind sie. Die sind am Looten da. Feuer! Oh Gott. Das andere noch. Wir sind mit Sicherheit unten rechts an der Wand. Ja, unten rechts an der Wand, da kannst du durchholzen. Ganz, ganz an der Wand sitzt der. Unten rechts, ganz an der Wand sitzt der. Da hat sich nicht auf der Kochung... Ja, rechts da, ja, 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 da ist gut. Ganz rechts an der Wand. Nicht links, rechts an der Wand. Ja, ich spröhe ein bisschen hier. Huch. Hat dich geschossen? Irgendwas hat mich geschossen, ja. Ja. Wenn du jetzt pusht, dann dürfte einiges zerschossen sein. Kriegst du ein bisschen was umgefallen. Lade ein, Peter. Komm, einen schnell noch und dann ist gut, Fade. Was hast du denn? Machst du den Stress hier schon wieder? Ja, ich will noch ein bisschen chillen. Ich hab Streamern immer noch. Ich würde hier gerne zocken. Ich hab Bock hier immer, das Menü anzugucken. Das nervt. Ich geh da rein jetzt. Ich kann mir das auch während des Ladebildschirms angucken, aber sei denn. Danke. Oh Gott, das will nicht. Was bist du für ein Krieger. Mach jetzt weg. Jetzt schau zu. Ja, ich guck mal es an. Das ist bestimmt unten im... Oh Gott, was da liegt. Was liegt denn da alles? Die Skeff-Spieler werden sich... Das hat er gleich mit MG5-Lorde gemacht. Ja. Der MG ist so stark. Oder irgendwas. Der ist da. Der ist ja drin. Ja, schön. Ja, nice. Schön, schön. Schöner Headshot, ja. Ja, jetzt hast du da zehn Leichen zu looten. Rupf uns. Sonst werde ich sauer, ehrlich. Nein, mach erst in Ruhe zu Ende, Mann. Gemetzel da, natürlich. Alter, guck, das bin ich. Da sind das Peter. Da sind noch drei. Oh, das sind Gemetzel, Mann. Der wird sich jetzt freuen, ja. Der ist Matt. Der wird schon alleine Matt sein. Zweimal Airpicker. Das kannst du ja nicht ausdenken. Mach den Helikopter. Mach den kompletten Helikopter einfach. Scheiß auf ihn, ehrlich. Nice. So, bei uns geht's los. Kriegt der von einer Schrubfung oder so ein Dreck gegen ins Mund, ey. Kannst da doch was, Tito. Freut mich. Ich bin gespannt gleich, wie wir Tito in meinem G getötet haben. Hm. Oh, der wollte irgendwas aufsammeln hier. Ui. Wir haben mal kurz drüber geguckt, aber ich glaube, wenn, dann kommen die von Customs. Ach, Customs, äh. Trailerpack. Na, Timing kennst du ja. Wir müssen uns ja gleich an den Job kommen. Mann, ich hab doch keinen Platz. Wo soll ich das ganze Zeug hin? Ja, ich hab großen Rucksack. Die haben bestimmt auch einen großen Rucksack gehabt. Da hast du wahrscheinlich, oder? Ich kann gar nicht gucken. Warte. Das bin ich. OMP, oder? Ja, das müsste ich sein. Da ist was drin unten. Unten was drin. Links. Main, Main-Links-Eingang. Hat uns gesehen. Ich gas rein. Ja, ist schon drin. Nee, nee. Schon drin. Schon drin. Ich werf eine, rechts. Ist geworfen. Er rennt. Nächste geworfen. Und die andere werfe ich nach links. Dann müssen wir ihn hören. Ich glaube, die ist abgeprallt. Ja, er rennt. Er ist wieder raus. Kann das sein? Ja. Er ist noch. Ich pushe jetzt. Rechts. Er ist hinter dem Roten. Hinter dem anderen. Ich umlaufe rechts. Ich umlaufe ihn rechts. Er zielt. Hab ihn. Muss eben Heavy Bleach stoppen. Scheiße, ich hab gar keinen Arzt mit, oder? Ja, alles gut. Gut angeschossen. Von draußen, glaube ich. Von draußen angeschossen. Hast du ihn gelootet, oder was? Nein, ich bin vorbeigelaufen. Ach so. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Ich guck mal eben kurz, ob der Arzt hat, ja? Oder deine Schwitz, äh, Ding. Könnenst du gleich können. Ich guck nur eben, ob er Arzt hat. Der sitzt ja unter den Zügen, oder rechts. Hm. Der hat Arzt. Das ist Kevfest. Der ist so ein richtiger Tito. Pass auf, ich geh nach hinten. Und dann hältst du es auch vor den Zügen hier. Mach mir eben meinen Arm wieder dran. Kein Moment. Brauche nur ein bisschen Arzt. Ich hatte Arzt, Zusatzarzt vergessen. Level 42, AWO. So gut gemacht, schon. Schon rechts rumlaufen. Wir wussten ja, wo er ist. Easy. Da würde ich nicht voran bangen, wenn er sein Mate nicht gehabt hätte, wenn sie schlauer spielen können. Ist man draußen angeschossen oder was? Ja. Er hat irgendein großes Kaliber da draußen. Das eine hält und ich hab richtig was kassiert. Was für Wässer? Vierer. Ist die noch in Ordnung, die Vierer von ihm? Ich hab jetzt nicht so weit geguckt, äh. Er kommt, oder? Nee, du machst es. Ich brauche hier eine Heile hier. Ich brauche meinen beiden Vierer, ne? So, ist alles gut. Mein ist angeworbt. Ja, nimm, 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 nimm. Alles gut. Hau dir rein. So ein Pimmel-Mage ist jetzt halt irgendwo. So, bin wir einsatzbereit. Was hat er denn für ein Ultima? Ich geh dann und guck mal mit dem an. Willst du die haben? Sonst spiel ich die. Nee, mir scheißegal. Gibt es die da ähnlich, oder? Nee. Nee, die mag ich nicht, du. Das ist für mich zu schwitzig. Was war da drin in dem Ding? Sieht mir einfach so krass aus, das Ding. Hast du die Munition von ihm genommen? Nee. Ja, du hast keine Munition noch mal? Ach so, äh, AP20, doch, hier, sieben Schuss. Oh, kein, ja, ich hatte. Okay. Ich werf mal eine unter den Zug. Von wo ungefähr? Ich kann nicht sagen, wenn ich vorbeiläufe vorhin habe, ich werfe da meine hin. Hast du was Moven hören? Dann bait ich jetzt links. Scharf links, links, hinter die Halle? Erstmal? Ja. Oder willst du ihn pushen? Ich will das mal lokalisieren. Ja, geschossen, oder? Geschossen, ne? Ja, ist ja angeschlagen. Gut, gut. Also, wenn du so einen harten Winkel hast, musst du ziemlich gerade vor der Wand sitzen, sonst können wir uns hier nicht sehen. Ja, dann wissen wir jetzt ungefähr, wo er sitzt. Also, wir können hier rumlaufen. Ja, er wollte gerne beide Eingänge haben. Okay, los geht's. Hier ist er. Hinterm Zug. Hat Übelsitz im Zug oben. Ah, der hat nichts mehr. Bomm, ihr am Hang. Ich komm, ich komm, ich komm. Bleib weg, bleib weg. Immer noch nicht tot. Doch, ich hab ihn, oder? Warte, ich guck. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Junge, den haben wir aber gejagt, du. Hä? Hä? Hier, außen, ist noch einer. Du, du, da raus, ich da raus. Nicht genug Schuss. Langsam. Der liegt links, der liegt links mit Epica. Der liegt links mit Epica. Ja, alles gut, so langsam. Mach langsam. Muss eben ein bisschen nachladen. Mach langsam. Mach langsam. Muss eben nachladen. Ich hab 90 Schuss schon verballert. Lass ihn einfach kommen. Ja. Ist du jetzt rechts im blauen Haus gelaufen? Ja. Wir gehen ihm hinterher, oder? Ich nehme es hier ein, ich nehme es hier ein. Ja. Fuckin M4. Du musst eben ein bisschen auf mich warten. Bitte. Ist okay, ich muss so... Ich will nicht schießen, kann man ihn oder nicht? Ich will nicht komplett verlieren. Das ist immer auf der uns, und ich weiß nicht, wo er ist. Schön. Schön rennen. Wo soll er denn? Innen irgendwo. Irgendwo innen im Gelände. So, ich komm. Der will uns umlaufen. Lass mich, lass ihn mal hinterher gehen. Hast du dich hingelegt? Nein. Leider liegt er innen. Schieß auf mich. Ich spring durch. Bin durchgesprungen. Einmal kurz arzten. Ja, irgendwo im Busch. Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Blau. Ja, ich komm, ich komm links. Du innen. Na, bin. Oder du. Sandwich Move, Sandwich Move. Ja, das ist der Sandwich Move. Sandwich Move, Sandwich Move. Sandwich Move, Sandwich Move. Gefickt, Junge. Über euch gefickt, Junge. Wichser. Über euch gefickt, ey. Richtig mies. Wie aus allen Winkeln immer auf mich schießen. Was ist... Was ist denn das, Mann? Sandwich Move, Sandwich Move. Ja, das ist der Sandwich Move. Oh, Mann. Wie geil das, Junge. Ich geh den anderen mal looten am Hang. Sandwich Move. Sandwich Move. Ja, guck mal, jetzt was auf, schau mal. Okay, halt, ich guck mal. Die waren voll, ich hab keinen Platz mehr gehabt. Aber eure Waffe hab ich weggeschmissen, die M4 und die U2 und alles. Nice, nice, nice. So macht man das. Der, der hat ne dicke gemoddete M700, die sieht geil aus. In, in Solisius, in Solisius. In Solisius. Ich mag EpiK einfach nicht. Ja, schau mal. Ich komm die an, die Aufbau. Aufbau. Guck mal. Und dann restet ich mir die weg. Na ja. Guck mal, was ist denn alles? Guck mal. Guck mal. Teure Zeug, glaub ich, noch runter. Im Wildgang da wieder an. Guck mal, was ich da hab. Ja, warte. Junge, was hast du denn alles rausgetragen? Das hier, dann die ganze Waffen hier. Ach, die Weste war meine. Hier. Die Weste? Nee, nee. Die hab ich von draußen jemand gelootet. Ah, okay. Ähm, was hast du denn für ne Weste an Thorsten? Ich hab noch so ne, ich komm mal schon ne Giselle, hab ich von ihm. Ich hab ne Fünfer, aber ich nehm seine Korund hier. Ach so, okay. Pja. Die sind 28 von 40, ist auch schon ganz schön runtergeschossen. Kann ich die eigentlich noch weiter kaputt schießen? Welche? Das wollte ich schon mal ausprobieren. Nehm mal seine Korund, seine Weste, leg die auf den Boden. Dann schieß ich drauf, guck mal was passiert. Ach, den Boden glaub ich nicht, den musst du anhaben, glaub ich. Hier ist noch ein MT-Helm drin. Wenn du willst. Oh, ich hab ja mein Airframe an. Peter, also der Helm ist gut hier. Ähm. Mit Visier, mit Visier. Ach so. Sprung gleich. Den kannst du gerne noch nehmen. Ja, sprung gleich da. Ja, da muss ich kurz was auseinanderbauen bei ihm hier. Bei seiner Schu... Wo geht das nicht? Er spielt seine Korund, ist mir egal. Ich bring dir den Helm mit. Dann liegt der hier, äh, satt. Der hier ist satt. Uh, Jochen, ey. Guck mal, ich kann die Waffen nicht mehr wechseln. Komm rüber. Da geh. Komm mal hin. Ich kann drücken, was ich will. Ich kann die Waffen nicht wechseln, halt schon mal. Wirf die doch mal weg. Einfach da in der Schrotze. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir übers Menü. Ja. Ja. Hier wird was, hier wird was. Von innen. Ist ein Spieler. Nein, warte. Wer ist da drin? Ich mach ihn. Ich kann nichts tun. Ja, dass der Bush-Step war jetzt ein bisschen too much, ne? Ich hab ihn gleich. Der looted einfach weiter. Das ist ja bestimmt kein Zettel, kein Zettel. Hab ihn. Jetzt hat er einen Rucksack hier gedroppt. Ich muss ihn reconnecten. War das ein Scav-Spieler? Ja, ein Reconnect halt. Er hat seinen Rucksack hier gedroppt, hä? Bin einfach verwirrt. Mein Triton auch. Warum? Hast du den schönen Sandwich-Ruf gesehen von uns? Ja, zweimal oder so. Wir müssen auch noch hoheren Grafikkartenraum. Ja, hoheren Grafikkartenraum müssen wir auch noch. Ja, stimmt. Oh, naja. Das war doch kein Spieler, oder? Also ich... Was ist hier los? Also ich... Was soll er hier? Eine M700-Schwitz? Du Scheiße. Ich guck mal. Level 13, ja. Spieler, ja. Ja gut, komm. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber guck, kein Headset. Er hat nix gehört. Übel. Hab's ja gedacht, das hat er hier gedroppt oder so. Da siehst du wieder, ne? Sandwich-Move ist so heftig. Ja, die hatten ja... Die hatten jetzt ja wirklich nur Dampf gekriegt. Kurz geguckt, wo er sein kann vom Winkel. Dann hat er sich das gedacht, dass wir hinten rumrennen. Ne? Wollte cool eine Gren werfen. Wurde... Hat wahrscheinlich auch angesagt bekommen. Wer weiß. Machst du reconnect oder was? Ja. Ah, hier sitzt du. Wo ist denn der Type hier? Ich will mal andutschen. Und der liegt da vorne. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht. Ach krass. Hier ist wieder Party, ey. So, Juxi, bin aber wieder weg. Jo, dann viel Spaß beim Pferdeküssen, ne? Tschüss, tschüss. Dankeschön. Jo, tschüss, tschüss. Ja, also... Ist du wieder da, oder was? Jo. Mach mal wieder an, dann würde... Hier liegt eine Giselle, aber die sieht man gut. Würde ich vielleicht so nicht lassen. Ist nicht meine. Ach so, ja, dann. Ja, ich hab dir den MT-Helm mitgebracht, wenn du willst. Ich weiß noch nicht, ob ein Puzzle in der Brille ist. Ne, ich guck gleich mal. Ja, haben wir ihn gepusht, als er Granate gezogen hatte. Er war ganz schön am Arsch. Aber die M4, die ersten Sprays verziehen so. Du hast jetzt die M4 gespielt, ne? Ja, die find ich richtig scheiße, wirklich. Inzwischen. Das mach ich auch gar nicht. Also, ich hab jetzt hier ein paar Mal gespielt, ich mach die gar nicht. Die verzieht so, die erste Spray. Ja. Ich werd mal versuchen, diese Scar zu spielen, die ganzen anderen Spielen. Vielleicht ist die besser. Mach mal wieder an, bitte. So, ich gedroppt immer den Helm noch. Ja, ich schmeiß den hier weg. Ja. Musst nur gucken, ob ein Puzzle in der Brille ist, ne? Weiß ich nicht. Oh. Ah. Ist? Ah, schade. Ja. Geht aber noch, ne? Aber geht, ist recht weit oben. Ja. Gut. Könnte mal sein. Weiter dann. Was ist das denn für eine Stufe? Der hat halt Amor, ne? Das Visier. Ja, deswegen. Warte, jetzt. Können wir ihn doch anlutschen, den du erschossen hast da? Ja, ja, klar. Der ist komplett satt. Hier liegt der. Ach ja, stimmt, wollten wir auch noch. Ja, hast du recht. Ich bin doch mal drüber gesprungen. Hier guckte man. Viel, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht mehr, nein. Gefällt mir gar nicht. Mag ich gar nicht. Ne, mochte ich mal mehr, aber so nicht. Mag ich in allen Spielen normalerweise, aber hier? Hast du den jetzt, hatten wir den jetzt hier komplett gerupft, oder was? Ja, der ist auch satt hier. Ach, die sind alle satt. Ich mach das Visio, das nirgst nicht. Na dann. Das ist auch kein Schutz, ne? Dann mach runter das Ding. Ja, da oben wird jetzt nichts passieren, aber wenn wir gleich wieder rausgehen, würde ich... Hast du den ein oder anderen Arsch gerettet, ey? Ich weiß, die eine Szene davon. Machst du ja klong, 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 ey, dreimal? Das ist schon übel. Wärst du sonst tot. Ja, ich erinnere mich. In die rasende Schotflinte. Außer Essen und Trinken, ich hab grad ein bisschen was gefunden. Scheiß drauf, echt. Beides über 80. Schön Fische. Beides über 80, von daher. Ich weiß nicht, die Empires, die verkaufe ich jetzt. Also, ganz ehrlich, ich kann die nicht spielen. Ja, ne, das bringt nichts. Die Sprayt so komisch, out of control. Weiß nicht viel genau, was das ist. Jetzt nochmal mit der SCAR versuchen. Oh, Double GP. Kannst du auch rein? Ja, kannst du auch rein. Ne, ne. Das brauch ich nicht. Es gibt 10.000, 30.000 auf dem Vlies. Scheißegal. Nimm alles mit, komm. Mach aber auch. Komm mal so. Bist du hinterher gegast? Hinter dir wie so ein Affen, Junge. Ja, wirklich. Ja, weil die erste... Ja, auf jeden Fall. Hätte ich schon beim ersten Contact gehabt da. Aber das Ding schiebt, also... Absolut, der ist ja zwei Runden gespielt. Ich hab dann irgendwann Single-Shots gemacht. Ja, ja, ja. Kannst ja auch nicht sein, oder? Ne, dafür ist die Waffe nicht gemacht. Das Ding verzieht, als wir die im Rohr gemacht haben. Der erste. Ja, genau. Ja, das geht aber so nicht. Kostet 400.000. Kann ich mir vier OMPs machen, die präziser sind. Kannst vielleicht nicht so geile Lava drin laden. Mhm. Kostet 400.000. Bei dem hin. Gut. Dann müssen wir das umschmeißen. Dein Laser? Die ausgemacht. Hört sich an wie Auf-Construction, oder? Ja, sicher. Der Rand in. Am Häuschen unten. Pommesbude drin. Beide an der Jacke. Bleibt so. Bleibt genauso. Die kommen jetzt. Sind wieder drin? Ne, dahinter. Ich push, ich push. Ich push rechts. Einer tot. Der andere ist drin. Ich geh hinten rum. Nein, 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 nein. Ich bin hier. Vorsicht. Du triffst. Tritt. Hit. 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 Hab ihn. Oh Gott. Es gibt wieder einen Report. Guten Tag. Michelle. 62. Danke. Was ist denn hier los, ey? Kommt was? Über Panzer? Über den BMT vorne? Ist drin? Gut. Alles klar. Ja, die haben aber nichts mehr hier. Gar nichts mehr. Weil wenigstens ein bisschen Munition haben. Wow, Mage hat sie drin hier. Tuh, die hatten Schiss, glaube ich. Haben sie erschrocken. Ganz schön, ey. Haben wir bei jemandem gemacht, jo. Schokolade. Danke. Ich glaube, den ging auch nicht der Stift, ey. Den ging auch nicht der Stift, glaube ich, ey. Oh, der ist noch voll. Okay. Ich weiß nicht genau, was hier was wert ist. Scheiße. Teekanne, Teepot. Das brauche ich alles nicht. Ist hier drin? Ich glaube, nur die Aufsätze. Ja, ja. Appelsaft rein. Saufen haben die dabei hier. Ist aber gut. Ordentlich Schuss. Dann kann ich wieder ein bisschen Magazine nachladen. Mache ich mal direkt hier. Ja, nur wieder. Hit, 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 hit. Oh, die sind, glaube ich, übelst getätet. Ey. Ja, ich habe mich erst mal durch die Wand gepackt. Ja. Und, äh. Sonst halt sehen, wo er da sitzt, ne? Sie, diese, diese, diese Kevin immer so lieben mit der Jacke. Übel. Wo ich doch letztens auch mal von so einem Vierersquat da überrannt. Mhm. Gar nicht übel, sprach der Dü. Ja, ich auch sofort. Nehmen wir noch einmal ein Magazin nachladen und dann können wir los. Michele oder Michelle und Buntata, wie hieß der bei dir? Äh, Dante oder sowas. Dante. 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 Dante, die kleine Schlampe. Oh Gott, ey. Wollen wir Haus noch gucken und dann Tanker raus, oder? Oh mein Gott, come on. Gut, los geht's. Wollen wir los. Ani, wali, hui, sosa. Einmal Laser wieder machen. Oh, wurden die aber auch, wurden die aber auch ein bisschen weggeschwitzt, ey. Na gut, ach. Minute 13 Ahnster, wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, aber. Vom Timing an natürlich für den Arsch für die gelaufen, ey. Oben ist auch noch zu. Oben ist auch noch zu. Das ist einfach, ob ich rausgeholt, wenn er da ist, bis zu sehen. Danke. Ich geh unten rein, diesmal ganz normal. Mach Lampe an. Hab ich nicht, lol. Ich bin noch leer. Sie tatsächlich, äh... Zumindest hier unten. Ist noch zu, hm. Vielleicht wieder zu, wir werden sehen. Willst du noch nicht den Abend... Hier war keiner drin, ey. Na gut, wir hatten drüben Action. Da drüben ist alles verweckt. Hier ist die beiden hier. Hier ist eine. Uh. Ich hatte die letzte. Lohnt sich immer, hier nochmal herzukommen. Info lohnt sich immer. Eine. War hier noch eine? Nö. Äh. Hast du geguckt? Okay. Schön, doch eine Golden Star wäre wieder gut, aber nee. Kaufe ich immer für 60.000. Scheiß, traurig. Na was hier? Hier ist auch nix. Ne, hier ist nix. Okay. Stammt, klar. Bin dort mühne. Ja, ich komm. Jetzt darf man noch die Schaller wegknallen, das nur aus dem MG. Dann läuft das alles. Dann wär das richtig geil. Ich dachte, die Wurme knallt jetzt voll, da ist ein Schalli vorne drauf gewesen. Das waren die kleinen, fiesen Hits irgendwie. Wie bei Forrest Gump. Mich hat eine Fliege in den Arsch gebissen. Oder irgendwie so. Forrest, Forrest Gump. Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Das ist doch Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Nein, Forrest, lass mich liegen. Bring mich zurück. Lass mich liegen. Weil ich gierig bin, gehe ich hier so an den Stash. Ich geh an den hier. Weil ich gierig bin. Wenn man wieder den Hals nicht voll bekommt. Flash, Drive und Power Bank. War ein Gastank, nehm ich mit. Ja. Papo. Papo Trader. Schmeiß ich weg. Nix wird hier weggeschmissen. Hier wird alles weggeschwitzt. Kann der mal Luft holen, der Jochen? Was tut denn da für eine Schrotze auf dem Rücken, Junge? Das ist die Alienknarre. Ja, aber was für ein dummes Gewehr ist das denn? Das ist doch das geile Ding, Mann. Nee, es ist so hässlich wie die Nacht, Mann. Das ist doch nichts Hübsches dran. Oh. Skeff. Ja. Ich guck nochmal hier am Stash. Zwei. Drei Scaffs. Einer tot. Einer nach vorne am... Okay. Ich geh ihm noch immer ins Stash. Kein Moment. Hier war nämlich keiner. Krass. Alle kaputt? Glaube. Muss gucken. Alle kaputt. Guten Tag. Ich geh noch Given Tree und dann gehen wir raus. Wo ist das für heute? Ach, crazy, ey. Given Tree gönnt nicht. Der fucking Given Tree, der gönnt wieder nicht. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Oder geht's? Oh, das sind Bombs. Können wir hier nicht raus? Nein. Ach, crazy. Hier liegt auch noch was. Einmal alles an den Lutschen. Ja, XP ist immer gut. Ganz in Server gewiped irgendwie. Was heißt denn das für ein Ding? Was ist das für ein Teil? M7000 oder so weiter. Was? Ja, warte. M700, aber komplett gemoddet irgendwie. Komplett geschwitzt? Sieht komplett krass aus, ja. Spielt die immer noch WoW? Ja, solange wird die aber wütend. Ja, find ich gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, naja, man könnte auch mal mit Deutschen spielen, ne? Wäre halt auch mal gut. Hier ist auch noch zu. Will halt nix wegwerfen, so, ne? Ach, wissen wir nicht. Ach schon. Denk ich auch. Muss noch zwischendurch mal Luft holen, muss ich leider. Ich verliere selbst beim normalen Laufen Luft. Piepst du schon wieder? Eigentlich nicht, aber 52 Kilo, da reckt er noch nicht beim Laufen. Zwischendurch mal kurz immer stehen bleiben. Okay. Ja, ich weiß. Der Ernie hatte manche Birne im Kopf, der sagt so, ich sag wie okay so. Und die Sikowski. Fuck God. Ja, ich weiß. Na, Skeps noch in? Nicht gehört. Irgendwo bei der Grafikkartenhalle. Davor, daneben, irgendwie so. Grob geschätzt. Jetzt hier nochmal eben Luft holen bei den Tanks. So, dann können wir eben kurz dann vorbeigasen. Oder einfach laufen. Mir ist egal. Nice. Klok, 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 klok. Rumpel, der weiß, der weiß, der weiß, was man hat. Rumpel ist eine sichere Bank. Ist ja auch da einer. Alles einmal angefasst. Mhm. So, noch durch diese Halle durch. Und dann raus hier aus dem Wurms. Falsche Seide jetzt. Wegen Verwirrung. Nee. Geil. Ja, das wäre dann einfach die dümmste Runde meines Lebens. Ich gehe noch immer an den Stasher hier. War auch keiner dran, hä? Sowas verstehe ich dann immer nicht so richtig. Hier ist nichts los auf dem Server mehr. Geh noch hinten an. Hier oben Grafiker. Mach doch mal da. Ja. Wann no no this. Nix. Grafiker hat den leer, ne? Fickt euch. Ups. Du kennst das Lied? Was? Nein. Achso, hört er sich fast an. Geht's? Okay, kenn ich nicht. Deine Scheiße. Kann ich dir mal ins Visier schießen? Mal gucken, was passiert. Könnte ich dir mal in einen Pöter schießen? Das war jetzt so eine Schlitz-Impfier und die geht gar nicht mehr. Nee, das geht gar nicht. Ich verticke die direkt, wirklich. Das spiele ich nicht nochmal. Die ganzen Impfiers mag ich übrigens. Naja, ich nehme den Impf. Der ist auch dumm. Oh, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele habe ich gemacht. Alter, was hast du denn da veranstaltet? Und kein Follow? Was ist das hier für eine Scheiße? Aber wir haben es alle mit Impfier gemacht, ne? Im Vier, im Vier, im Vier, im Vier. Ja, keine Ahnung, was, hä? Ah, weiß ich auch nicht. Fühlte sich aber trotzdem nicht gut an. Nee, fühlte sich nicht gut an, weil die Scheiße ist. Hä, wann habe ich denn noch einen gemacht? Ach, den anderen habe ich auch gemacht. Fühlte mir dann Nate? Ach, stimmt, die beiden habe ich gemacht. War der Nate? Nee, nee, nee. Einen habe ich Fragezeichen? Minute zehn? Wir haben einen vergessen. Wollen wir denn einen vergessen? Wollen wir den nicht gelootet oder was? Ja, nee, den hast du gelootet, oder? Ich loote alles und nix. Ah, egal, scheiß drauf. Sechs Spieler weggemacht, ganzen Server. Tschüss. Das wird langsam beständiger, ne? Ja. Jetzt Level 39, Secure, der machen wir mal eine Korridums. Secure. Oh, ein Doctag ist hier, der wird auch richtig gesammelt. Kannst du jetzt Geffkissen irgendwann von holen? Oder hier die Thick Cases oder wie sowas. Thick, äh, Thick. Thick? Kann ich hier das Ding hier reparieren, oder was? Das Puzzle in der Brille da? Ich weiß nicht, ob du das kannst, also ich kann es jederzeit, also, hm. Boah. Info habe ich auch noch bekommen, wird erst mal vertickt. Weil, warum nicht, ne? Ja, gönnt ihr das eigentlich immer, ne? Ich sage immer, gönnt ihr. Machen wir mal... Machen wir mal... 380.000. Ja, das geht eh weg. Das geht eh weg. That goes away. That goes away. Ja, ich spiele die jetzt halt so lange, bis die weg ist, und dann ist gut, aber... Also, gerne spielen. Bauen würde ich mir die jetzt nicht momentan, die sind zuig. Oh. Ich habe sie bisher auch nur Geschenke spielt. Naja. Also, die Umpis, die baue ich mir auch gerne, aber... Das ist irgendwie nicht gut, finde ich, weiß auch nicht. Ich finde sie einfach gut. Nee, schwach. Sehr schwach, irgendwie. Vielleicht bin ich ja zu scheiße. Nee, die verzieht. Geh einfach mal unten in deinen Hideout und dann probier mal aus, das ist... Naja, stimmt, hat es, ja. Ich mag die gar nicht. Ich weiß ja nicht, im Vergleich zu so einer Ska oder so, oder MK-80, MK-16 zum Beispiel, die geht ziemlich gerade aus. Ah, nee, ist nicht gut einfach. Ist die schon irgendwie so... Ist nicht gut, oder so. Das ist schon eher eine Scheißknifte, ne? Na, guck mal, ich habe einige von denen hier rumliegen. Ja, das sind 4, M4, M4. Ich mag die alle nicht. Kommt jetzt auch ein Pöter auf dem Platz. Jetzt haben wir... Ich mag die Dinger eh nicht hier. Mach das weg, weg, weg. Scheiß da weg. Weg mit dem Müll da. Ja, das kann auch... So, das lohnt sich alles nicht. Gut. Hier dann, Schally gefunden. Irgendwie 60.000. Das nimmt man doch mit. Das ist die höhere Texte von Schallye für der SKS und auch mal unter den Pöter. Das ist auch so richtig behindert, oder? Kann man sein, da? Ja, da kann ich ja auch nicht ändern, oder was, oder wie, oder was. Ich mach's im Moksne, ne? Im Moksne. Im Moksne. Ey, also so krass waren wir heute nicht unterwegs und irgendwie gab's trotzdem mehr Geld als vorher. Ja, die Skeppkisten sind voll bei mir vor allem. Ja, die sind auch noch. Das kommt noch ein Top. Deswegen, ich mach mal keine Sorgen mehr. Ich, deswegen pushe ich auch mehr und alles ist doch scheißegal, einfach. Offensichtlich ist das ja wirklich so. Ich hab mal mit 600.000 angefangen und, ach. Ich hab jetzt 9 Millionen und ich hab, glaub ich, schon unten in den Hideout 50 Millionen reingedrückt, oder was. Also. Es ist einfach egal. Ich hatte noch nicht mal das Gefühl, diesen Vibe, dass ich einen Pistolen-Run machen müsste. Also. Ich auch nicht. Ne? Deswegen. Das ging mir auch so. Ich hab den gemacht, weil ich's lustig fand. Ja, klar. Das ist spaßig, aber. Gibt's ja noch so anderen Sachen, die ich noch... Ich bin halt auch ein guter Spieler, ne? Jetzt hätte es hart, spieg ich eh nicht gerne, macht das mal weg. So, jetzt mein Neuer in Ruhe einmal den Hideout fertig. Und dann chill ich hier noch ein bisschen rum. Stündchen. Ja, ein bisschen Chili, Willi, kann man machen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen Hideout. Noch fünfeinhalb Stunden gestreamt. Das ist ein bisschen Hideout, ein bisschen wie ich, ein bisschen da, ein bisschen entspannt. Das ist schon nie eine Ansage oder was? Also, da muss ich aber los, so. Ah, weiß ich auch nicht, was die da macht. Ich mag's einfach nicht, dass die am Anfang so verzieht, die Wummer. Das ist übel, ey. Was ist denn das mit der Wummer? Hm. Ich hab mich noch mal auf diese MK-Dinger auf, die werde ich mich mal versuchen einzulassen. Ciao. Ich denke, alles ist gut, wenn man's kann, ne? Nee. Aber, naja, was soll ich sagen? Die Dinger sind voll bis oben gewachtelt. Ja. Alles voll hier mit. Ja, ja, es ist alles voll bis oben hin. Kannst du nicht, äh... Es ist alles voll bis oben hin, dann machst du nix. Kannst du nicht hier ganz spielen. Nee. Unten glüht alles. Aber allein die Goldkette, wie viel Goldkette hast du denn? Hä? Ja, komm, lass die mal weg. Ah, tja. Das ist meine, meine, meine eiserne Reserve. Ja. Ist recht. Ist recht. Diese Balls kannst du mal auch einsetzen für 49. Ich will einfach nur, dass das alles glüht. Mehr will ich nicht. Mehr will ich einfach nicht. Ja, tut's doch. Ja, sag's schon weg. Ich weiß nicht warum. Ja, wieder 7,6. Was soll ich doch tun? Ist das dumm. Außer dass die ja die ganze Zeit hinschmeißen. Ist das dumm, ja. Ich meine, auch die Umb, die ist halt einfach so... Die ist grundstupide. Das ist eine grundsolide Waffe, so. Da machst du nix. Das ist einfach so... Ja, die läuft. Die ist grundsolide und grundstupide. Also von daher... Ja, es ist... Ja, wo kann man die denn gut bauen oder so? Die kannst du ja fast gar nicht verändern. Peacekeeper alles noch, nee. Die kannst du ja fast nicht verändern. Nee, nee, nicht viel. Kaufst du so bei Peacekeeper, oder? Kaufst du so einen Nacken beim... Ich weiß gar nicht, wo ich... Irgendwo habe ich mal welche gelootet von den Dingern. Seitdem habe ich die alle. Na ja. Ich komme mal zurück. Oh, so, kleinen Moment. So, Leute. Wer auch immer noch da ist. Vielen, 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 vielen Dank fürs Einschalten. Wurschi, danke für den Hidden Follow, ne? Also, äh, Sub vielmehr. Habe ich gesehen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Tito, danke fürs Anlassen. Danke für die geilen Runs heute mit dir. War richtig geil. Ich bin, äh, für heute raus. Wer auch immer noch da ist, lass mal ein Follow da. Würde mich freuen. Morgen gibt's wieder Tarkov. Wir wollen morgen mal ein bisschen reinquesten. Mal gucken, wann wir anfangen. Ich werd den Stream einfach anschmeißen. wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Tschüss, 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 tschüss. Mal gucken, ob ich noch einen geilen Toi-Cab. Hören, anwenden. Bin jetzt so toll. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao.